Hallo liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung, das gepflegten Kauffunding-Projekt ist und Let's Plays. Auf jeden Fall. In der rechten Seite sitzt lieber Alex, ich bin der Piet und zwischen uns steht, was wir heute euch vorstellen wollen. Annas Tür, nicht Karls Tür, sondern Annas Tür. Oh mein Gott, wir haben es gebracht. Egal, es ist wieder ein gewaltiges Miniaturenfest von Mythic Games, das kennt man jetzt vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle. Sowas wie Rainbow Six Siege, haben wir ja auch schon ein Preview-Video damals gemacht, da gab es auch tausend Miniaturen und dieses Projekt wird auch wieder einige Miniaturen beinhalten. Man muss sagen, dass Annas Tür ein Projekt war, was uns so ein bisschen überraschend hier erwischt hat. Es klingelte auf einmal der Postbote und es gab hier einen schönen Prototypen von Mythic Games ins Haus geschneit. Und wir wussten erst mal gar nicht so richtig, okay, Mythic Games, wie ist, also, hallo, wo sind die Regeln? Also, sieht cool aus, ich wusste nicht, dass das rauskommt. Ich habe dann Bock gehabt, allerdings war keine Regel in der Box. Wir haben allerdings mittlerweile die Regel bekommen und der Kickstarter, der ist auch schon gestartet, der hat auch nur eine relativ kurze Dauer. Wenn ihr das Video seht, wird es auch nur noch einige Tage sein, an denen das Ganze läuft. Das ist der 6. Mai? Ja, das ist der Freitag, ja. Der 6.5. der Freitag, bis dahin läuft die Kampagne noch. Mythic Games hat selber aber auch schon gegenüber uns gesagt, es gibt wieder auch einen Late-Pledge dann, also in dem Manager, das man dazugeben kann. Und es wird wirklich wohl auch viel in der Kampagne und vielleicht ist auch jetzt schon recht viel in der Kampagne wieder revealed worden. Also, was ist da für Miniaturen und Sachen? Noch mehr Box. Noch mehr. Ihr seht es hier schon mal drauf auf der Box. Wir haben hier, ja, so ein Fantasy-Setting, so ein bisschen Barbaren, Kämpfer, Krieger. Es gibt natürlich auch Lore. Es gibt, glaube ich, recht viel Lore. Aber wir versuchen letztendlich wieder irgendwie die große Herrschaft des Drachens zu vereideln. Es gibt hier eine, die möchte den wieder zum Leben bewecken. Annas Tür ist die Drachenkönigin. Die Drachenkönigin, genau. Und die versuchen wir aufzuhalten. Das ist also das Grundprinzip dieses Spiels. Was erwartet uns hier? Das ist, wer es so kennt aus den alten Arcade-Zeiten, das ist so eine Art Sidescroller. Da können wir auch sehen, wie sich das so abspielt. Und eigentlich versuchen wir mit Kombos und ähnlichen Fähigkeiten so viel wie möglich, ich könnte jetzt sagen Schaden anzurichten, sondern schnell wie möglich voranzukommen und unsere Ziele zu erreichen. Ja, wir haben jetzt, du hast es gesagt, Sidescroller. Wir hatten ja schon so Spiele wie sowas, wo man Invader-mäßig von oben nach unten, also das ist ja dann kein Sidescroller, sondern was ist das? Bottom down, top, top, up. Ihr wisst, also ich meine, mit dem Raumschiff durch die Gegend fliegen. Jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir es wirklich im bester Beat-em-up. Ich bewege mich. Und so muss man das auch sehen. Das ist also ein Beat-em-up im Bereitspielformat. Ja, genau. Und wir bewegen uns sozusagen auf der Sache von links nach rechts. Und ja, man kann auch wieder zurückgehen. Aber wir versuchen natürlich immer weiter voranzustreiten und unsere Ziele zu erfüllen. Wir haben jetzt hier nämlich das erste Abenteuer, das da heißt First Blood. Und das Abenteuer ist in einzelne Questen, also einzelne Punkte, die man abarbeiten muss, unterteilt. Das sind hier so schöne Karten. Da sind so ein bisschen Objectives drauf, also Ziele, die man erreichen muss, dann geht es halt weiter. Grundlegend kann man das Ganze wohl an sich als One-Shot spielen. Es wird aber eher so ein bisschen, wie das immer heutzutage gerne meistens empfohlen, dass man es so kampagnenmäßig basiert, also dass man die Abenteuer nacheinander spielt. Dann soll es nämlich auch Helden-Progressionen geben. Ja, wir haben hier auch Helden. Die Helden haben hier auch einzelne Decks, die aus Standardkarten und spezifischen Karten bestehen. Und man soll wohl dann, wenn man in dem Kampagnen-Modus spielt, da wieder so ein bisschen... Da müsst ihr aber in die Kampagne schauen, denn die haben wir alle nicht dabei oder nicht bekommen. Aber wie das Spiel so standardmäßig erstmal in der ersten Runde so läuft oder als One-Shot, das würden wir euch zeigen. Bravourös aufgebaut, sehen wir ja immer zwei Teile. Einmal das Westteil und das Ostteil. Das ist immer ganz wichtig, um die Sachen zu haben. Unsere Helden starten hier drüben auf einen dieser vier Ebenen. Und die Bösen kommen also immer von rechts rein in den Schauplatz. Was seht ihr noch alles Schönes? Hier sind hier oben eine Initiativleiste, die haben wir schon vorbereitet. Und natürlich hier unsere Heldentableaus, die hier unten zu sehen sind. Es wird immer diese zwei Felder geben. Wenn wir das Scrawling machen, also wenn wir jetzt hier wirklich aus dem Westen in den Osten laufen, dann werden wir irgendwann es wahrscheinlich so haben, dass wir hier nur noch auf diesem Board mit unseren Figuren sind. Dass es hier sozusagen keine Helden- oder Gegnerfiguren mehr sind. Dann wird dieses Brett abgeräumt. Wir schrubben das Ding hier rüber. Dann kommt sozusagen das neue Feld oder das neue Brett hier an diese Stelle. Und so ist es letztendlich platzmäßig ganz cool, weil es hat immer diesen festgeschriebenen zwei Spielbretter an Platz. Je nachdem, wie das Szenario aufgebaut ist, kann man vielleicht mal weiterlaufen. Wir können jetzt insofern nur ein Feld scrollen. Also wir bewegen uns letztendlich auf drei Spielfeldern. Und das ist immer von Szenario zu Szenario unterschiedlich. Auch welche Einheiten, also welche Bösewichte hier spielen. Wir haben sozusagen Level 1 Spezialisten, Level 1 Minion, Level 2 Spezialisten und Level 2 Minions aktuell auf dem Board. Es gibt spezielle Terransachen. Wir haben hier so mystische Steine, eher sowas wie Massengrabopferstätten. Dann gibt es hier sozusagen nochmal so ein Lutfeld mit so einer Truhe. Es gibt Felder, die wie hier durch diese riesigen Bouldersteine sind. Durch die kann man nicht durchschießen, durch die kann man auch nicht durchziehen. Vielleicht nicht ganz so gut zu sehen, aber hier diese Felder oben, die sind so etwas unwegsames Terran. Da müssen wir als Helden, wenn wir keine Spezialfähigkeiten haben, unsere Bewegung aufhalten. Was haben wir noch? Wir haben natürlich eine Aufgabe. Ja, wir haben wahrscheinlich mehrere Aufgaben, aber was ist unsere Anfangsaufgabe? Ja, es ist auf jeden Fall Quest 1, es ist ein Ambush. Die Nomaden im Osten, die Nomaden des weißen Adlers, das ist so eine mythische Figur, die es hier auch gibt. Also es ist keine mythische Figur, es sind generell weiße Adler, die es hier bei uns in der Welt gibt. Die kann man, also ein oder andere Schamane kann ja auch zur Hilfe rufen. Und die sind angegriffen worden und denen versuchen wir zu helfen. Ja, wir sind auf dem Weg da, quasi das Overall Setting in dieser Storyline jetzt gerade. Und unser primäres Aufgabenziel ist auf jeden Fall einmal die Karte zu scrollen. Das heißt also, das Board hier leer zu bekommen. Und das Sekundärobjektiv ist ja diesen Anführer, den wir hier auf dem Brett haben. Den sieht man von oben halt nicht so. Aber das ist hier der Herr mit dem netten Stab. Das ist der gute Hunter. Also der heißt wirklich, es ist jetzt nicht Hunter von Hunter & Friends, sondern es ist der Jäger. Der Jäger, genau, das ist das Sekundärziel, den sollten wir vielleicht auch schalten auf dem Weg. Ja, der nervt auch, wenn er da bleibt. Was dann passiert ist, dass einer von uns den Anführer-Token bekommt, was das bedeutet später. Mehr, falls wir das schaffen sollten. Ansonsten kann ich hier mal die Box wegnehmen. Nimm die Box, nimm die Box weg. Was vielleicht dazu noch zu sagen ist. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Artwork ist relativ eingängig. Und der gute Paolo Parente, glaube ich, war sein Nachname, ist ja immer mal so eine Sache. Sehr bekannt, also Illustrator von mehreren Magic the Gathering Karten. Hat Dusk zum Beispiel auch das Tabletop-System gemacht. Geats of Pervellen, Conan. Conan illustriert. Und der hatte gegen 2011, sollte das Ganze hier mal als Tabletop-Spiel rauskommen, so wie das ja auch ein Tabletop-System ist. Es hat irgendwie nicht so richtig klappen wollen. Und mittlerweile quasi vielleicht dank oder in Kooperation, wie auch immer, ist das Ganze jetzt hier bei Mythic gelandet. Und sie haben es halt hier als dieses Sidescroller-Beat-em-up a la Golden Axe und so Sachen, die ihr da vielleicht auch mal gespielt habt oder noch kennt, je nachdem wie alt ihr da seid, umgesetzt. Und das bringt uns vielleicht auch noch zu dem einen netten Punkt, bevor wir jetzt hier gleich loslegen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Es gibt hier nämlich die Möglichkeit, ja, Bestien zu zähmen. Und hier haben wir zum Beispiel so eine Hyäne. Es gibt auch normale Pferde oder auch in der Kampagne soll da noch echt viel kommen. Und unsere Charaktere gibt es immer in zwei Miniaturformen, nämlich einmal normal laufend. Oder aber wenn wir so eine Bestie gezähmt haben, da gibt es nämlich eine eigene Aktion dafür, dann können wir auf den reiten. Und das Ganze wird hier magnetisch zusammengehalten. Ich sage mal, aus dem Tabletop-Bereich ist das jetzt nicht unbekannt. Da wird man mitunter seine Figuren vielleicht selber mit Magneten versehen. Aber hier im Brettspiel-Bereich. Und lünscht mich da jetzt nicht, wenn ich da falsch sehe. Ich würde so weit gehen, ist es das erste Mal, dass wir solche Miniaturen, also bereit waren, serienmäßig mit Magneten vorgefertigt. Ihr müsst da also nichts mehr zusammenbauen. Das Ganze dann hier auch wirklich schön hält. Also das ist immer nur noch eine Miniatur. Man hätte auch es anders umsetzen können. Da hätte man noch mehr Miniaturen produzieren müssen. Insofern ist es schon ganz cool. Man kann also hier auf diesen, ja, dann gezähmten Viechern auch durch die Gegend reiten. Naja, die Hygiene halt. Ich will das jetzt nicht abwerten. Ich will das damit nicht abwerten. Das ist also das Wildleben hier in der Welt. Wir spielen ja jetzt zu zweit. Man kann das Ganze ein bis vier Spieler spielen. Aktuell, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie Vererweiterungen. Wenn wir es mit zwei Helden spielen, spielen wir es so, dass jeder von uns drei Aktionen zur Auswahl hat. Von diesen unterschiedlichen Aktionsmöglichkeiten darf man nichts doppelt verwenden. Man darf immer eine Sache nur einmal machen. Spielt man mit drei oder vier Spielern, dann wird das Ganze reduziert auf zwei Aktionen. Also da... Bei drei Spielern sind es zwei Aktionen, genau. Und bei vier Spielern, dann kommt noch eine Schwierigkeit hinzu, da werden die Monster noch schwieriger. Also das ist schon mal so eine Form, wie das Spiel versucht zu skalieren. Wie gut das dann geht mit mehr Spielern, kann ich nicht sagen. Im Einspielerspiel wird, also im Solospiel wird nicht empfohlen, sondern wird gesagt, man spielt quasi mit zwei Figuren. Genau. Aber erstmal klingt das gar nicht so verkehrt. Unsere Initiativauslage hier oben, die haben wir am Anfang wirklich random gemischt. Das heißt, hier die, sag ich mal, Monster der Stufe 1. Brit wird nämlich durch Piet repräsentiert. Dann ist einmal hier unsere Gegend, die Jadesee-Region, die aktiviert mit einem Event-Tag. Genau. Dann ich und dann die Level-2-Gegner. Wir können gewinnen, wenn wir unsere Quest-Sachen erfüllen. Wir können verlieren auf zwei Arten. Und zwar, wenn wir sterben. Und zwar ist es so, wir sterben oder eine Figur von uns stirbt, dann haben wir hier einen Held auf der Reservebank. Ein Level-Up. Also einen Up haben wir noch. Dann wird dieser Ersatz-Held ins Feld geschickt. Wenn dann nochmal ein Held sterben würde, dann haben wir verloren. Und wir haben eben ja das Event-Deck schon angesprochen. Dieses Event-Deck ist ein Timer. Aber wenn wir quasi die letzte Karte aus diesem Event-Deck ziehen, dann müssen wir es auch schaffen. Ansonsten ist das nämlich vorbei, das Spiel danach. Und ich gucke mal hier, da will ich nochmal auf Nummer sicher gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir starten mit sieben Karten. Nicht, dass es hier mehr sind. Ich zähle nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch. Es sind auch genau sieben. Von daher passt es. Hier haben wir noch unser Spawn-Deck. Das haben wir auch anpassen müssen auf zwei Spieler. Da gibt es also ein paar weniger Spawn-Karten, wie gespawnt wird. Passiert dann. Okay, Piet. Okay, Piet. Wir haben unsere Initiativleiste, unseren Marker. Genau. Und gehen jetzt mal hier hin und sagen, dass alle Level 1 und zwar erst die Spezialisten aktiviert werden. Theoretisch haben wir noch eine Vorphase. Ja, du hast recht. Also es gibt noch zwei Phases. Es gibt noch so eine Preparation-Phase. Denn jeder von anderen hat drei Karten. Und man kann jetzt so viele Karten, wenn man möchte, ablegen und würde dann auf drei neue ziehen. Das wäre noch die Option. Also wir haben jetzt am Spielanfang so, verstehe ich es, ziehen wir erst mal drei Karten. Wie gesagt, Sachen sind hier auch noch prototypenmäßig. Auch die Regeln können sie noch ändern. Ja, oder manche Regeln sind vielleicht auch noch nicht so ganz klar. Das ist bei Mystic immer so eine Mischung. Also A ist es ja Prototyp, aber zwischen Englisch, Französisch, Französisch-Englisch in einem. Und dann noch Ikonografie, die vielleicht nicht so ganz klar ist. Egal. Das wollen wir jetzt nicht ausführen, aber alles, was wir haben, wissen wir jetzt. Also ich würde es nicht tauschen, ich fange damit einfach an. Ja, ich würde auch sagen. Das heißt also, als erstes aktivieren die Level 1 Gegner. Das heißt, auch von links nach rechts, wie auf dieser Karte. Und das heißt, dieser Anführer, den wir haben, der aktiviert uns. Der gute Hunter. Und der hat einen Bewegungswert von 1. Das werdet ihr vielleicht schlecht in der Kamera sehen, deswegen sage ich es euch hier. Der Wert des Stiefels, der hat einen Bewegungswert von 1. Der hat eine Angriffsstärke von 4, eine Verteidigung von 3. Und in diesem Spiel gibt es auch natürlich sowas wie magische Kräfte. Das heißt im Englischen hier Art. Also diese magischen Künste, die hat er quasi einen Angriffswert von 2. Oder die Macht. Ja, er hat die Macht. Also er bewegt sich jetzt einen Schritt. Genau, und damit wird er geguckt, weil wir sind beide gleich entfernt. Jetzt wird natürlich geguckt, wer ist der Anführer von uns beiden? Das ist noch keiner. Und wer ist also der Erste in der Aktivierungsreihe? Oder der Nächste? Der Nächste. Und das bin in dem Fall ich. Er bleibt also dann auf. Er läuft mir entgegen und läuft dann also ein Feld hier nach vorne. Damit haben wir alle 1er-Chefs abgehandelt. Und jetzt kommen die 1er-Minions. Ja, auf jeden Fall. Und die laufen natürlich auch alle auf. Also da ich der Nächste in der Aktivierungsreihe bin, nehmen die sich alle mich als Ziel. Ja, außer ich bin theoretisch näher dran an einem. Das ist halt die Frage. Wenn jetzt gerade noch nicht, hätten wir uns vielleicht anders aufgestellt. Das sind jetzt die guten Tracker. Das sind alle die, die hier, können wir euch ja vielleicht auch mal ein Detail, am Ende zeigen wir euch auch gerne nochmal Sachen. Diese Tracker hier, die diese beiden Deutsche haben. und hier können wir euch nochmal ganz kurz die Figur von dem Hunter, ne? Der hat hier auch so einen Käfig, der hat auch so eine Peitsche. Der kann also auch so ein bisschen... Ja, so einen Mancatcher hat der. Ja, auf jeden Fall. Man muss schon ziemlich zusammengequält sein. Die Tracker, die bewegen sich um drei und andere Stats sind bei denen alles 1. 1er Angriff, 1er Verteidigung. Okay, dann wollen wir einfach hier. Das aktiviert immer von links oben nach unten. Ja, das geht einfach so. Weil jedes Feld hat nämlich auch ein Limit an Personen, die in diesem Feld sein können. Das ist derzeit noch an die Figuren angepasst, das heißt also 6 Minis passen rein. Wenn das erreicht ist, dann ist es entsprechend voll und jeder hat auch eine Angabe, wie viel Platz er eigentlich hat. Genau. Grundsätzlich haben wir einen 1er Platz gerade noch. Und Gegner können so viel laufen diagonal wie sie möchten. Wir durften das nur einmal machen, ansonsten nur orthogonal. Aber er läuft hier einfach drei Felder und da er mich dann schon mit zwei erreicht hat, dann kommt er also dazu. Dann gehen wir weiter. Das heißt, die Werte, der Werte-Tracker hier oben geht hier. Also 1, 2 und in dem Fall 3. Hier unten passiert es auch. Und zwar 1, 2, 3. Das liegt ganz schön voll bei mir. So, und jetzt geht es natürlich 1, 2. Jetzt wäre hier unwegsames Gelände, da kann er nicht durch. Und der aktive Spieler in dem Fall würde jetzt entscheiden, wo er lang geht und wir sagen einfach mal, der in der nächsten Reihenfolge ist. Der wäre 4 und der würde jetzt hier auch 1, 2 laufen, weil die einfach auf ein Feld. Haben wir die da hinten noch? Genau, dann nehmen wir die hier einfach mal, die würde ich jetzt 1, 2, 3, ich würde die erst mal gerade aus... Ne, die laufen immer erst auf meine Linie. Achso. Das ist der Punkt, das hier... 1, 2, 3. Ja. Und der läuft... 1, 2, 3. Der würde auch hier sein. 1, 2, 3. Ah ja, okay. Dann haben sie sich bewegt und jetzt greifen die auch natürlich an. Und in dem Fall ist es so, die haben keine Reichweite. Das heißt, sie greifen nur auf dem Feld an, was sie betreten haben. Sollte mein Feld voll sein, würde das noch benachbart zählen, weil sie in das Feld nicht reinziehen können, würden sie dann doch mit angreifen. Aber das sind so Spezialregeln, hoffentlich wird man die nie an. Ja, also die beiden sind ja nur bis hier gekommen. Also die sind jetzt erst mal raus aus dem Kampf. Das heißt, die drei greifen mich gemeinsam an. Das heißt auch, das ist also ein Angriff, haben die, sollte ich weiß. Das steht auf der Karte. Also die haben einen Stärkewert von 1. Genau, einen Stärkewert von 1 pro Miniatur in dem Fall. Das sind also 3. Dann haben sie noch eine Spezialfähigkeit. Die heißt Pack 1. Das bedeutet, wenn da mindestens zwei Figuren sind, kriegen sie nochmal plus 1. Also Piet kriegt jetzt einen Angriff von 4 entgegengeschmettert. Und das ist vielleicht eine ganz nette Sache. Ihr seht hier schon noch einige Würfel. Aber die Gegner werfen nie Würfel. Genau, nur die Heldenwürfel. Sondern er hat jetzt einen Angriff von 4, also sage ich mal, von 4 möglichen Schadenspunkten. Und er kann jetzt verteidigen. Und hier seht ihr auch schon das Spielbrett. Ich habe halt eine Verteidigung 4. Das heißt, ich habe auf jeden Fall 4 Würfel. Bei 4 Schadenspunkten bin ich mir da aber nicht so sicher. Und du kannst ja einfach hier mal kurz umschalten. Ich spiele so eine Reaktionskarte. Und hier seht ihr schon, die sagt nämlich, bevor ich würfele. Das ist ein Verteidigungswürfel von mir, also bei Brit. Das heißt also mein eigener. Und der Pfeil sagt, bevor ich würfele, muss ich die Karte spielen. Deswegen geht der Pfeil nach da. Wo der Pfeil nach in die andere Richtung geht, könnte ich die danach spielen. Und das heißt also, ich spiele den davor und kriege dann plus 2 auf meinen Verteidigungswert. Und entsprechend habe ich dann also 6. Da das als Reaktion gespielt worden ist, wird es wie bei jeder Karte gespielt worden ist, kriege ich dann den Fury-Wert, der abgebildet werden würde. Habe ich hier nicht auf. Das sieht man nicht. Aber die Karte wird in einen Komboslot geschoben. Das heißt also hier schiebe ich die Rennung und habe jetzt hier einen blauen Kristall liegen. Und ihr seht ja, ich habe hier verschiedene Kombos auf meinem Brett abgezeichnet. Und wenn ich die erreicht habe, könnte ich die also dann auch als Bonusaktion sozusagen aktivieren, wenn ich die Antworten. Das haben wir hier wieder, dieses Beaten-up-Sidescroller-mäßige. Da konnte man ja auch, wenn man es konnte, so schnell mit den Tasten oder Joystick-Knöpfe drücken und hat halt seine Kombos gezündet. Das wird halt hier durch diese, sage ich mal, Kartenvorbereitung dieser Kombos dargestellt, um die dann zu zünden. Man darf nur eine Reaktion spielen. Man könnte jetzt noch eine Boost-Karte spielen. Das heißt also, ich auf meinem Feld oder benachbart könnte jetzt jemand noch eine Boost-Karte spielen. Dazu hat man rechts oben einen entsprechenden Wert. Ich könnte diese Karte für Piet jetzt abwerfen und hätte ihm dann noch einen zusätzlichen Verteidigungswürfel geben können. Aber ich behalte die erstmal. Und ja, Piet, dann würf doch mal mit deinen sechs Würfeln. Dann würdest du ja wohl einiges hinkriegen. Ihr seht ja schon, es gibt einer Hit-Symbole, zweier und tier. Das ist einmal Greifen, Grebble, das ist im Verteidigungsmodus nichts. Und natürlich Blank. Ja, also... Du willst jetzt also vier Erfolge, damit du alles... Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs. Das ist schon mal gut. Habe ich also alles verteidigt. Natürlich kein Schaden. Ja. Piet, seht ihr vielleicht hier oben, startet mit sieben Lebenspunkten. Und natürlich nur Fury. Fury, unsere... Ja, wir können uns so richtig in Rage spielen. Genau. Und dann kann man hier diese Karte umdrehen. Dann ist es also wie so eine Spezialfähigkeit. Das ist wie so ein Power-Bike, den man auflädt. Ja, du hast den ersten Aufladen, genau. Und der bleibt noch so lange aufgeladen, bis man die Fähigkeit zündet. Bei den Kombos auch so. Wenn es da vielleicht nicht sogar irgendwann böse Monster oder Sachen gibt, die das wieder nehmen. Aber so viel wissen wir noch nicht genau. Aber wer weiß, wer weiß. Genau. Also damit ist aber der Angriff abgehandelt. Die dürfen alle nicht angreifen, die haben keine Reichweite. Damit ist die Karte fertig. Und der Aktivierungsmarker hier läuft einen Schritt weiter. Ja, Britt. Und Britt ist ja akar Pete. Genau. Und bevor es gleich quasi mit Britt und ihren wilden Sachen losgeht. Britt, erzähl uns doch nochmal. Du hast ja auch noch eine spezielle Fähigkeit, glaube ich. Hier oben rechts abgebildet. Wir haben hier erstmal die Standardwerte. Angriff. Also Nahkampfangriff. Oder Angriff auf jeden Fall. Physischer Angriff. Verteidigung und die Macht. Dann Bewegung. Und wie viel Platz ich einnehme. Dann habe ich eine Spezialfähigkeit. Und die sagt bei mir, bei einem Verteidigungswurf kann ich jede Karte als Boost-Symbol für den Verteidigungswert benutzen. Normalerweise habt ihr ja die verschiedenen Symbole. Ich könnte jede Karte fähren. Zum Beispiel dieses Arts-Symbol abwerfen und dann ist es ein Defense-Boost. Ansonsten habe ich nur Combos. Und ich möchte jetzt natürlich, cool wäre, wenn ich die hier irgendwie aktivieren könnte. Du hast ja einen blauen. Ein blauer ist schon mal drin. Ich bräuchte jetzt also ein Dreieck. Und man sieht, ich habe hier auch noch so ein Dreieck am Start. Und das macht er. Gucken wir mal einfach, ob wir das überhaupt brauchen, wäre die Frage. Grundsätzlich gibt es halt vier Klassen. Piet spielt gerade einen Tank. Ich spiele einen Rogue. Und dann gibt es noch einen Schamanen und einen Krieger. Aktuell, vielleicht gibt es auch in der Kampagne noch weitere Klassen. Die sind halt so ein bisschen von ihren Werten und von ihrem Deck ein bisschen spezifisch. Aber das Erste, glaube ich, was ich mache. Du darfst nochmal kurz hier deinen Marker. Sehe ich gerade. Der ist noch aktiv auf Nachwürfeln. Und ja, was ich einfach tue, ist, ich kann halt als erste Aktion meine Kombo auch, also ich kann die Sache auch spielen, ohne dass ich die Karte ausspiele. Spielen, ohne dass du die Karte ausspielst. Ja, also man kann die Karte ausspielen und empfehlen den Effekt. Oder ich kann das auch so machen. Reparieren. Reparieren. Ich will einfach die Kombo haben. Und damit nehme ich die Karte, egal was sie sagt, und schiebe sie hier runter, um dieses Symbol entsprechend zu haben. Jetzt habe ich halt die Kombo. Wenn ich die Karte aber auch hier runterschiebe, dann kriege ich es dementsprechend. Wenn es Flurie wäre, dann kriege ich hier schon mal einen nach oben. Und warum ist jetzt dieses mit die Karte ausspielen für den Effekt oder Präpieren? Wir haben ja ganz, nicht ganz, aber so am Anfang gesagt, man kann jede Aktion nur einmal machen. Und deswegen, um da zwei Karten hinzukriegen, zum Beispiel in einem Zug oder spezielle Sachen, muss man sowas mit der Karte präpieren. Und wenn ich die Karte noch spielen möchte, dachte ich, ich lege die einfach mal runter. So. Das war jetzt also deine erste Aktion. Meine erste Aktion von dreien. Jetzt kommt eine freie Aktion. Und zwar löse ich die Kombo aus. Pete hat jetzt in dem Moment, wo da jetzt Karten für eine Kombo liegen, die in Charge. Also er hat sie quasi vorgeladen oder aufgeladen. Es gibt nämlich Dinge, sowas habe ich zum Beispiel, sehen wir dann auf meinem Tableau. Die spielen auch damit, dass man Kombos in Vorbereitung quasi hat und noch nicht zündet eventuell. Pete, du zündest jetzt quasi den, was heißt das, den Shield Throw. Den Shield Throw. Ich habe ja so zwei Schilder und einen zwerfe ich davon halt direkt jetzt. Das heißt, ich... Du bist Captain American. Vielleicht. In den barbarischen Welten. Du bist Captain American. Nee. Captain Britain bin ich ja eher. Captain, ja, die... Ich bin ja derweibliche Form. Ist auch egal. Ich bin auf jeden Fall Brit, der Tank in diesem Universum. Und ich ziele auf meinem Feld und ein benachbartes Feld. Und alle Felder um mich rum, orthogonal oder auch diagonal, sind benachbart. Das heißt, das finde ich auch hier. Und darf dieses Feld angreifen mit einem Angriffswert von plus eins. Ich habe zwei, plus eins sind drei. Ich darf also drei Würfel würfeln. Nicht schlecht. Und danach darf Pete sogar nochmal seinen Fury möglicherweise steigern. Nämlich gibt es noch einen speziellen Würfel. Werden wir dann sehen. Also, Pete hat einmal ein Graveling. Jetzt dadurch, ihr habt es ja auch eben schon gesehen, man hat so einen Reroll-Token. Den kann man nutzen. Dann darf man Würfel nach... Verdeckt der Hinweis. Ich wollte nur sagen, dann darf man Würfel nachwürfen. Diesen Reroll-Token kann man auch mit einer Aktion, die da nämlich fokussieren heißt, auch wieder reaktivieren. Ja. Ich weiß nicht, Pete. Also, du hattest, glaube ich, doch mehr vor, als nur einen so einen Schaden zu machen, oder? Ja, aber ich zeige das mal anders. Du zeigst es mal anders. Weil ich greife ja, ich habe ja einen Angriff. Und beim Angriff ist, ich mache jetzt also einen Schaden auf beide Felder. Auf jedes Feld von denen durch deine Sache kann ich jetzt zwei an. Genau, die haben eine Verteidigung von eins, ne? Die haben eine Verteidigung von eins. Das heißt also, ich würde jeweils... Man muss halt gucken, wenn die Verteidigung von zwei hätten, müsste man halt also zwei so eine... Man muss den Verteidigungswert treffen oder höher haben, damit man einen Punkt Schaden macht. Die haben alle nur einen Lebenspunkt. Also, jedes Monster, was wir gerade sehen, hat nur einen Lebenspunkt. Das ist in der späteren Kampagne mit dem Bossmonster anders. Aber dann mache ich erstmal bei beiden einen Schadenspunkt. Das heißt, die kommen schon mal weg. Die kannst du mir in meinen... Die gehe ich mal in meinen Vorrat. Aber ich zeige dir jetzt nämlich einfach mal auch den anderen Effekt. Und zwar hatte ich hier noch so ein Grapple-Symbol. Ja, du kannst jemanden greifen. Genau, dann greife ich mir nämlich den hier. Den stellt jetzt Piet so ein bisschen schräg auf seine Miniatur. Den hat er jetzt wirklich gegriffen. Den habe ich gegriffen. Ich glaube, ja. Und jetzt geht es mal, die nächste Aktion, die ich jetzt machen kann, ist... Und das ist die Einzelaktion, die ich machen darf. Ich muss den wegwerfen. Ja, weil du hast den jetzt ja so im Griff. Kannst nichts anderes machen. Wenn man den gegriffen hat, dann hat der übrigens einmal Minus-Defense. Also ein Minus-Defensiv. Damit wären die quasi eh schon bei Null-Defensiv. Und zumindest meine zweite Aktion, den zu werfen. Und ich überlege gerade, ich habe jetzt zwei Optionen. Nee, drei. Ich kann ihn in dasselbe Feld werfen, benachbart. Oder auf den Stein. Ja. Wirf ihn auf den Stein. Aber wenn du ihn auf den anderen raufwirfst, dann ist einer Stunt. Genau. Und damit... Ich werfe ihn hier einfach auf den, wo ich stehe. Dann trifft er den halt. Damit würde der bewusst loswerden, weil der von ihm betroffen worden ist. Und der stirbt leider dabei. Tut mir ja leid. Du hast ihn richtig doll geworfen, ja? Ja. Ich habe jetzt das versucht, was man so machen kann. So. Und jetzt? Das war jetzt deine... Zweite Aktion. Das war deine zweite Aktion. Deine erste Aktion war Prepare. Genau. Deine zweite war eine freie Aktion. Da hat er deine Kombo bezogen. Die Kombo sagt auch, das haben wir nicht vergessen, dass ich dann die Kombo-Sachen verliere. Wenn ich die Kombo zünde, kriege ich nochmal alles, was an Fury-Werten unten ist. Die Kombo ist ja leider benutzt. Und damit verschwinden die Karten auch. Wir dürfen aber seine Kombo-Fähigkeit noch bis zu Ende ausführen. Weil Pete darf nämlich noch einmal den Fury-Wurfen, auch in das Best-Case. Da ist nämlich Doppel-Fury-Symbol geworfen. Pete ist jetzt also schon bei 4.8 Fury. Achso, es gibt sogar drei. Du hast recht, es gibt sogar drei. Ah, okay, okay. Wenn ich mich richtig aufrege. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich das andere gemacht und dann habe ich ihn erst geworfen. Und jetzt habe ich noch eine Aktion über. Das ist die Frage. Der Typ da, der jetzt am Boden liegt und der gestunnt ist, der hat jetzt auch minus ein Defensiv-Faktor. Hat auch keine Spezial-Effekte mehr. Ist der einfach standardmäßig tot? Nee, er hat so ein Gefühl, da muss man ihn nur noch anpusten. Und wenn er nächstes Mal wieder aktiviert wird, dann steht er für seine Aktivierung auf und macht nichts anderes. Wie einmal aussetzen. so ein bisschen für ihn hier. Ja, ja, genau. Was ich einfach mache ist, ich spiele jetzt einfach eine Karte. Ja. Und die lege ich einfach nochmal rein, damit man die sehen kann. Weil das ist ja die Karte ausspielen. Was mir gar nichts bringt, fällt mir gerade auf. Egal. Und zwar habe ich Movement 1. Das heißt, ich bewege mich um einen. Und da ich nicht auf den Stein gehen kann, der ja unpassierbar ist, gehe ich hier einfach mal hin. Okay, ja. Nervi oder Jason-Eli. Also ist es dann, wo ich starte, ist es das oder nachdem ich gelaufen bin? Ich vermute, nachdem du gelaufen bist. Das ist ja doof. Aber ich halb so wild, dann laufen wir hier einfach im Kreis. Dann laufe ich einfach hier hin. Dann bist du dran. Du darfst auch noch einen laufen. Ich folge dir einfach mal. Du folgst mir einfach. Und ich werde jetzt der Anführer. Das heißt also, ich kriege diesen vollen Leader-Token. Damit ist jetzt nochmal klarer, dass auf Piet gemetzelt werden muss. Nehmt das hier mal so, dediziert mal hin. Genau. Weil wenn die Monster aktivieren, dann ist der Tiebreaker immer der Anführer. Der Marker kann noch vielleicht ein paar andere Sachen. Eine Sache, die er auch noch machen kann mit diesem Leader-Token ist, sich in dieser Initiativleiste neu anzuordnen. Aber das ist erst in der Initiativphase möglich. Und dann ist die Karte fertig. Ich kann die Karte dann also, wenn ich möchte, wieder slotten. Da ist aber keine meiner Kombus. Piet würde die grüne Karte wirklich nur an zweiter Stelle haben wollen. Und du musst halt immer wirklich beim ersten, zweiten und dritten. Und damit habe ich alle meine Karten gespielt. Ich ziehe auch nicht auf. Man zieht nur am Anfang der Runde auf. Aber meine Aktionen sind damit verbraucht. Dann gehen wir hier natürlich weiter. Und jetzt ist... Jetzt aktiviert das Land. Das Land aktiviert sich. Klingt komisch. Denkst du mal so, was das sagt hier? Party time! All heroes in or adjacent to... Ja, das ist so ein bisschen zu so einem... Zu so einem Graveyard. Ja, ja. Dürfen eine Kombo. Können quasi eine Karte preparen. Haben wir also leider nicht. Das heißt, dieser Bereich hat hier so ein Symbol und dieser Bereich. Also alles, was hier so drum wäre. Alles, was hier so ist. Aber da stehen wir leider nicht. Ich bin falsch gelaufen. Da stehen wir. Aber ich hätte ja eh keine Karte. So, und dann seht ihr dort unten noch zwei Zeichen. Und zwar sind es nämlich, wie sich die Natur bewegt. Oder die Wesen dieses Landes bewegen. Im Moment haben wir keinen... Das erste ist so ein... mag ich jetzt wie Sophie oder irgendwas. Ja, Sylphée, glaube ich. Sylphée. Und die würden heute auch immer bei diesen Steinen spawnen oder seien erst mal am Anfang. Da ist halt keins, weil da noch keins von gekommen ist. Und das zweite sind dann die Bestien. Das heißt, die Hyäne, die hat uns gerochen. Die mag uns jetzt schon. Die mag uns jetzt schon. Die kommt zu uns. Und man sieht, jetzt ist das Feld schon mit vier Dingern, also mit vier Fäule. Aber die ist erst mal schon zu wieder gelaufen. Ich ahne Schlimme, wenn ich ehrlich bin. Und damit ist die Landschaft abgehandelt. Ja, das ist auch kein dauerhafter Effekt. Es gibt auch da Effekte mit einer Sanduhr, die die ganze Zeit halt irgendwie noch aktiv sind. Bis die das nächste Mal dran sind. Und jetzt... Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt der Sproker. Jetzt bin ich Piera. Lange genug zum Überlegen hat es da. Als wenn ich überlegt hätte währenddessen. Also, da jetzt ja einfach die Hyäne schon zu uns gekommen ist. Und das ist ja überhaupt ein Grund, warum ich dieses Spiel mag. Ist nicht nur auf Hygienreiten, sondern man kann auch auf Pferden. Ich versuche jetzt... Ich reite gerne. Ich versuche jetzt, egal ob das überhaupt total sinnvoll ist oder nicht. Darum geht es ja hier nicht in diesem Let's Play. Ich will jetzt mal auf dieser Hygiene reiten. Und dafür muss ich sie zähmen. Als erste Aktion also Tame Creature machen. Das bedeutet aber auch... Genau, das können wir uns ja auch mal im Detail mal angucken. So sieht so eine Karte aus. Und ihr seht also hier die Werte von den Kreaturen. Das heißt, sie bewegt sich um einen. Deswegen ist sie auch noch ein Feld gelaufen. Sie hat zwei Felder ein. Das sieht man ja auch. Und jetzt sieht man hier Savagery. Das ist dieses Dreieck, was für Art oder Beweglichkeit... Nee, also ich muss entweder... Also entweder, um jetzt diese Hygiene mein eigen zu machen, muss ich entweder eine rote Karte abwerfen. Dann ist die aber auch dafür abgeworfen. Dann triggert die nichts weiter. Oder ich mache quasi eine Probe gegen drei oder auf drei mindestens. Und diese Probe, die erfolgt immer mit dem Art, also unsere magische Fähigkeit. Und da habe ich sogar drei... Bist du denn hier... Du musst aber drei Erfolge worfen. Ich muss mindestens drei Erfolge... Ich würde es aber mal probieren, weil ich würde ungerne, ungerne die rote Karte abwerfen. Weil all meine Kombos fangen mit roten Karten an. Genau, und bei einer Zähmung von der Kreatur wird die Karte abgeworfen und wird nicht... Genauso wie bei Boost. Ja, das war's. Boost und Zähmen. Da werden die hier nicht, oder da hat man nicht die Option... Schon jetzt. Deswegen, probier es einfach mal. Aber nicht. Was kann schon Schlimmes passieren? Was kann schon Schlimmes passieren? Werden wir sehen, was passiert. Die Hygiene könnte mich beißen und weglaufen. Genau, das wäre das, was passieren kann. Aber ich nehme die hier einfach mal und probiere es mal. Aber, 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 wir haben ja hier... Es gibt einen Re-Roll-Token, den benutze ich mal. Mein Gott. Ja, drei Erfolge sind aber auch schwer bei drei Würfeln. Ah, ich wollte es so gerne. Ich wollte es so gerne. Natürlich wollte es so gerne. So, der Held verliert einen Lebenspunkt. Aber wir zeigen euch erstmal, was passiert, wenn man es nicht schafft. Ja, also ich gehe von 8 auf 7 runter. Und dann läuft die Hygiene in ein Feld. Das nicht von einem Helden besetzt ist. Die läuft jetzt also weg. Ich würde ja sagen, dass sie hier... Läuft sie hier wieder hin, wo sie kam? Die läuft wieder dahin, wo sie kam. Schnell weg hier. Da war irgendwie komisch. Das Typ, der wollte mit mir schmusen. Nee. Der ging mal. Okay, das war also meine erste verkackte Aktion von drei möglichen. Ich dürfte jetzt auch nicht nochmal zähmen. Säfst du nicht dahin? Ja, dann kannst du jede Aktion nur einmal machen. Kurzer Disclaimer, weil der auch an vielen Stellen schon gesagt wurde. Ihr seht hier, wenn wir vielleicht hier so ein bisschen rumrücken, dass Fury und Hells Bar, dass das irgendwie immer mal verrutscht. Das Ganze wird umdesignt. Da hat man dann so Tracking-Rädchen, dass das erstmal nicht mehr passiert. Da könnt ihr aber auch auf der Kickstarter-Seite schauen. Da wird es ja hoffentlich drauf sein. Und jetzt seht ihr ja hier schon Sachen. Ich habe hier mal was zum Heilen, zum Springen. Wir wollen ja, dass hier erstmal alle irgendwie weg sind oder alle hier sind. Und wir wollen aber auch gerne diesen Typen eigentlich. Ja, ich würde es nochmal sagen. Der Typ macht, also ein Nachteil von dem Typen ist nämlich, dass er vier Leute pro Runde extra spaut. Ja. Nicht gut. Aber könnte ich nicht da... Jetzt hast du eine Aktion weniger mitbewegen. Weiß ich nicht. Ach so, ja. Ich hätte diese Hygiene einfach nicht. Ja, da wurde er in Versuchung geführt. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel verzeiht so eine Versuchung, glaube ich nicht. Ich habe ja noch eine Leap-Karte. Also ich könnte noch zwei springen, aber ich kann mich auch erst... Aber du kannst auch... Theoretisch könntest du ein Manöver machen, könntest dich hier hinstellen. Und da du ja bist ein Fernkämpfer, soweit ich weiß, könntest du die ja angreifen, die beiden. Und könntest dann anspringen, wenn du magst. Aber anspringen, dann kann ich die nicht angreifen. Doch, der ist ja ein Angriff mit beiden. Das ist ja ein Sprungangriff. Du hast vollkommen recht. Es gibt nämlich so Karten, die halt jeder hält. Ich hatte die auch. Ja, das ist ein Liebet-Tag. Das sind die, die ich geslottet habe. Und du würdest sie dann auch als erste Karte nach unten schieben? Ich mache das mal, Piet. Das klingt ganz cool. Also Manöver ist eine Bewegung-Angriff oder Angriff-Bewegen oder nur angreifen oder nur bewegen. Und mein Bewegungswert, das gehen wir nochmal kurz darauf, ich kann mich zum Zweifelder aktuell bewegen. Drei magische Fähigkeit, zwei Verteidigung, drei im Angriff. Und meine Fähigkeit ist übrigens, dass ich halt Angriffe auf Range 1 machen kann. Ich habe ja hier auch cool Pfeil und Bogen. So wichtig ist bei jeder Bewegung, die Helden dürfen ein Feld maximal gegonal laufen. Eins, zwei. So, damit bin ich jetzt hier in diesem Feld, angrenzend in Range 1, sind jetzt diese Leute. Die Leute. Die Leute. Und da greife ich jetzt einfach mal an mit drei Würfeln. Und geil wäre, wenn ich es jetzt einfach mal schaffe, zwei Hits zu werfen. Ah, der ist irgendwie rausgekommen. Ja, so macht er uns. Oh, verdammte Axt. Wenn man jetzt einen Re-Roll-Token hat. Ja, wenn man jetzt einen Re-Roll-Token hat. Also ich kann... Das ist leider auch nicht vernachbart. Ich kann ihn also auch nicht unterstützen. Ich habe jetzt nur einen abräumen können. Ich habe wirklich echt bescheiden gewürfelt. Re-Roll. Also die Hyäne, die hat mich wirklich... Ah, ein Kleid hier. Und Piet go, nein. Dann hast du dir in die Hand gebissen. Dann hast du wieder so ein Tetrikel gehabt. Auf jeden Fall. Dann werde ich jetzt mit meiner dritten Aktion, mit meiner dritten Aktion, werde ich diese Karte hier ausspielen. Lieb 2, also ein Sprung 2. Da kann man über alles rüberspringen, was nicht nid- und nagelfest ist. Ich muss halt nur irgendwo reinspringen, wo ich auch sein kann. Und danach mache ich einen Angriff. Und ich bekomme dann einen Fury dafür und kann sie natürlich auch wieder hier slotten. Will ich auch gerne machen. Mache ich schon mal, dass ich nicht vergesse. Also, sie kommt hier runter, mein erster Fury. Jetzt springe ich da rein, wie schon angedacht. Also, 1, 2 bin ich hier reingesprungen. Tralali, tralala. Jetzt betrittst du ein Feld mit einem Grab, dann kriegst du automatisch einen Fury dazu. Da bin ich richtig. Da sehe ich gleich, was ist hier passiert? Und jetzt greife ich an mit 3. Ja, wen denn? Du hast ja Reichweite 1. Ich greife natürlich den Hunter an. Der Hunter wiederum hat jetzt, oh mein Gott. Der Hunter hat einen Schildwert von 3. Also, den muss man jetzt, da muss man jetzt mindestens 3 Treffer machen, damit man den ausschaltet. Holy moly. Ist der Lied nicht plus 1? Ist der Lied nicht plus 1? Nee. Nur ein Attack. Nur ein Angriff. Nur ein Angriff. Dann hast du wirklich nur 3. Und ihr habt ja gesehen, bis jetzt... Willst du denn lieber was anderes anzeigen? Nee, nein, nee. Ich will das schon. Er will den schon. Ich will den gerne. Irgendwann muss das ja funktionieren. Irgendwann muss das... Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Bevor wir... Wir feiern das richtig. Nur nochmal eine Sache. Ich will hier nochmal gucken, ob da irgendwas ist. Hier steht nämlich so ein Slaughterer. So ein Typ. Und der sagt, is this space containing a Slaughterer? Also, wenn Leute in seinem Feld sind, cancelt der nämlich 2... Oder sein Feld angreifen. 2 Augensymbole hier. Gott sei Dank ist es nicht nearby. Also, wirklich nur hier in seinem Feld. Oder wenn man da reingreift. Genau. Es ist also nur nearby und nicht adjacent. Ganz wichtig. Ich habe also den... Ich habe den Hunter... Ich habe den Hunter getötet. Du hast Hunter getötet. Ich habe Hunter getötet. Und was sagt denn unsere Sidequest, wenn man den Hunter besiegt? The hero who eliminates the Hunter becomes the leader. Und weil der Hunter... Jetzt zeigen wir euch hier mal die Karte nochmal. Habe ich mich umsonst angestellt. Weil der Hunter auch ein... Ja, quasi so ein Special Monster hier ist. So ein Specialist ist. Wirft ja auch noch eine Lootkarte ab. Und die nehme ich jetzt auch noch. Ja, ich habe keine Lootkarten. Da hinten. Da unter dem kleinen... Ach, wie die? Und hier sieht man jetzt auch nochmal, wie diese Karten auch nochmal in Detail aufgebaut sind. Der hat halt hier auch bestimmte Keywords. Die kamen jetzt nicht zum Tragen. Der hätte auch in Range 1 angegriffen. Hier noch so ein paar Sachen. Der ist nämlich doof, weil der spawnt noch ziemlich viele Tracker, wenn der noch am Problem ist. Und hier die Werte. Und weißt du, was der beigehabt hat? Was hat er dabei gehabt? Was hat ein guter Jäger immer dabei? Eine Wasserflasche. Ne, eine Karte. Sehr gut. Als wenn es geskriptet wäre. Herrlich, herrlich. Du hast also eine Karte gefunden, die, wenn du sie benutzt, dir plus ein Movement gibt. Und der Held ignoriert keine Effekte. Und Lootkarten zu benutzen, ist auch eine freie Aktion. Ich könnte also zum Beispiel auch jetzt noch ein Feld mich bewegen. Die Karten sind immer so aufgebaut, dass sie hier Aktivierungssymbole haben. Da gibt es so kleine Marker. Wie bei dem Prototypen vielleicht ändert sich das auch noch. Also ich würde das gerne ändern wollen, aber bin ich ein bisschen physisch. Also ich darf die Karte zweimal lesen. Naja, die hat nur zwei Wege aufgezeichnet. Man darf übrigens auch nur... Zwei Loots, also zwei Gegenstände haben. Zwei Gegenstände haben, ansonsten muss man was dann abwerfen. Ja, so ist das. Sonst bist du viel zu beladen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe wenigstens den Hunter erledigt. Das ist schön, aber du weißt auch... Naja, jetzt wird sowieso gleich die Kacke auf mich runter regnen. Das heißt so. So, der Hunter war ja ein Level-1-Spezialist. Und jetzt aktivieren aber die Zweier und erstmal Level-2-Spezialist. Da haben wir keinen. Und da haben wir den, das ist der Skinner nämlich, den haben wir... Ich gucke nochmal in Sicherheitszeit auf die Karte, ob ich den nicht vergessen habe. Nee, Skinner ist noch nicht hier an der Anführung. Aber jetzt aktivieren diese zwei fetten Slaughterer, die Schlechter... Aber muss ich das mal so anhängen? Ja, dann ist er über den einen rüber gestorben. Ich habe das... Legolas-like. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt wirst du wie Legolas einfach... Jetzt werde ich... Hier muss ich wieder auf... Ja, du bist irgendwie... Warum bist du noch da hinten? Egal. Naja, aber ich sehe schon deine nächste Kreatur. Dein nächster Charakter steht ja da schon. Naja, möglicher hier mit Adler. Ist auch egal. Also, wir werden jetzt hier die Slaughterer aktivieren. Also, man aktiviert natürlich auch jeder von hier nach oben. Das ist aber keiner. Insofern der erste, der da steht. Der Typ hier, der darf sich zwei bewegen. Und der geht natürlich auf den nächsten Spieler erstmal zu. Der kommt also hier zu mir. Übrigens, hier ist ja auch so ein Standy in dem Feld. Das belegt auch einen Platz. Also, eins, zwei. Dann bewegt er sich, was haben wir gesagt? Zwei. Eins, zwei kommt also hier dazu. Die machen also eine Party. Die machen eine Party. Und zeigen euch auch nochmal die Party von denen hier. Ja, und die Party ist quasi immer gleich aufgebaut. Der Grundwert hier ist jetzt nicht ein Angriff, wie bei diesen kleinen anderen Döselfiechern hier. Zeigen wir euch nochmal den Tracker daneben. Sondern, der macht jetzt drei. Und für jede weitere gleiche Figur im Feld gibt es plus eins einfach dazu. Also, ich habe jetzt einen Vierer-Angriff, der jetzt gleich auf mich einprasseln wird. Und hier seht ihr, if a Space containing a Slaughterer is targeted by a Tech, ignore any. Also, bei der Verteidigung ist das nicht so schlimm. Aber beim Angriff negieren sie halt diese Zweier-Würfel. Also, auch ziemlich nervig, muss man mal festhalten. Ja. Gut, die greifen mich jetzt mit vier an. Ich habe einen Verteidigungswert von zwei. Da muss ich schon ziemlich heldenhaft werfen. Ja, du bist auch nicht nebenan. Also, ich könnte jetzt aber selber mich boosten. Also, es kann eine Boost-Karte immer geben. Entweder von einem anderen Spieler oder ich selber. Dann würde ich drei. Meinst du, ich sollte das tun, Piet? Was hast du denn da so an Möglichkeiten? Das ist so eine Push. Oder du kannst die doch auch als Reaktion spielen. Auch als Reaktion spielen, genau. Ja, das ist ja viel cooler. Dann würde ich nämlich jemanden wegpushen können. Und zwar beide. Das mache ich. Ein Held, oder? Weil nach außerdem im Slot ist du dann... Also, hast du dann eine Kombo dann am Ende. Keine Ahnung, was ich mache. Also, klingt eigentlich ganz gut, bevor man hier einen mit vier oder sechs... Du hast total recht, so machen wir es. So machen wir es. Ich habe recht. Man muss manchmal auf Piet hören. Das heißt also, ich aktiviere diese Karte vor meinem Verteidigungswert. Das muss ich mir einmal. Ja, ich weiß. Habe jetzt hier rot und blaue Diamanten. Und bei mir bedeutet das, jetzt ist das ja gecharged, While this combo is charged, kriege ich plus eins im Verteidigungswert. Oh, nicht schlecht. Aber ich schubs jetzt die erstmal. Ja, du Schubser. Und zwar schubs ich zwei... Schubs ich die beiden. Soll ich die mal hier reinschubsen? Mega. Soll ich die beide... Soll ich die beide in den Felsen schubsen? Und wenn man die in den Felsen schubsen, dann gehen die tot. Jedenfalls haben wir das so gelesen. Nee, die kriegen dann... Die kriegen dann einen Hitpoint abgezogen. Und die haben ja nur einen Hitpoint. Sollte das da irgendwas regelmäßig anders sein, dass man die sonst vielleicht nur in Felder schubsen muss, die irgendwie gehen und halt nicht so sind. Aber aktuell haben wir das so ausgelegt. Und der, der schubst, kann auch in die Steine schubsen. Eieiei. Zack. Du bist der Held. Natürlich hast du das gemacht. Nee, ich habe sie richtig weggeschubst. Ich bin wahrscheinlich selber gestolpert oder irgendwie sowas und habe sie weggeschubst. Ja, jetzt gibt es natürlich keine... Die Konsequenz muss man sich jetzt einfach mal bildlich vorstellen. Jetzt gibt es hier keine mehr, die irgendwie Schaden machen können. Das ist auch irgendwie schön. Legolas, das ist das. Ich habe hier noch eine Karte, die behalte ich erstmal auf der Hand. Es gibt keine weiteren zweier Minions mehr, die wir hier irgendwie durch die Gegend schieben und aktivieren. Und das bedeutet, wir sind jetzt hier am Ende unter Initiativleiste und eine Spawnkarte wird aufgedeckt. Und wie sieht diese Spawnkarte aus? Die ist immer ähnlich aufgebaut. Wir sehen hier einmal, von welcher Seite und auf welchem Board gespawnt wird. Und die ist jetzt für uns gerade so ein bisschen doof, weil auf dem westlichen Board, da wollen wir ja eigentlich alle weghaben, aber da wird jetzt gespawnt. Auf dem westlichen Board und ganz am linken Rand werden jetzt diese Sachen gespawnt. Und dann guckt man natürlich immer, haben wir diese Einheiten überhaupt? Wir haben nämlich gar keinen Level-3-Minion, deswegen wird da keiner gespawnt. Wir haben aber Level-2, genau. Also es kommt, da wo der Typ Stun liegt, ist ein Level-2er. Da drunter gibt es zwei Einser-Tracker. Und da drunter kommen auch nochmal zwei Einser-Tracker. Wo ist das manchmal? Und dann seht ihr hier auch noch, dass alle Spezialleute, also quasi alle, bewegen sich jetzt gleich einen Schritt. Wisst ihr Bescheid? Über diese Spawnkarten können übrigens auch neue Bestien oder hier unsere verzauberten Wesen gespawnt werden. Nee, nee, kommt nicht. Das ist ein bisschen anders aufgedrückt. Ja, dann sagt er hier schon mal guten Tag. Aber er akzeptiert nicht, oder? Nee, da steht Moved nur. Der kann noch nicht Moven, würde ich sagen. Voll wird's. Die gehen jetzt in Richtung Piet, ja. Und der geht zu mir auf jeden Fall. Ich bin ja sogar auch der Leader. El Leader. El Leader Reno. El Leader Reno. So. Dann kommt jetzt dieser Marker wieder hier hin. Und wir sind wieder hier in unserer Vorbereitungsphase. Wir können jetzt wieder beliebig viele Karten abwerfen und auf drei nachschöpfen. Ja, das finde ich super. Es gibt auch die Möglichkeit, aktuell noch nicht, aber dass diese Initiativreihenfolge sich auch mal ändert. Wenn wir nämlich dazu aufgefordert werden, dieses Symbol, also dieses Plättchen auf die Chaos-Seite umzulegen, dann wird sozusagen, wenn man da wieder dann raufkommt, wird das hier neu gemischt. Und wir könnten jetzt nur mal überlegen, ob ich den Leader-Token ausgebe, um vielleicht vor den Einzelnen zu aktivieren in unserer Aktivierungsphase. Wie du tauschst ja den. Ja, genau. Aber wenn ich tausche mit denen, dann bin ich ja vor denen. Wisst du, weil ich will das ja tauschen. Ja, will man, weil die laufen dann ja alle eigentlich erstmal zu mir. Wäre wahrscheinlich so. Aber die haupt mich auch alle. Das ist halt so die Frage. Was du, soll ich... Zieh doch erstmal. Ich überlege, ob ich das abwerfe hier. Ach, das musst du selber wissen. Wenn ich gleich auf den Kopf gehe. Ja, ich behalte mal die Heilungskarte hier. Ja, mit der kann man nämlich heilen. Um drei Heilungswurme. Um drei. Ich habe jetzt gerade einen Verteidigungswert von 2 plus 1 durch meine... Weil ich habe diese In-Charge-Effekte, weil this combo is in charge. Und wenn ich meine Combo triggern würde, dann dürfte ich mich bewegen und dürfte bei dieser Bewegung gefährliches oder schwieriges Terrain ignorieren und da halt einfach durchlaufen. Und das ist quasi auch so ein Blinding Errors. Das ist quasi so, um wegzulaufen. Das passt so als Reaktion. Ja, okay. Was habe ich denn noch? Hier habe ich noch einen Range-1-Attack. Nochmal eine Verteidigungskarte. Okay, okay, okay. Ja, denn ich würde da... Ich würde es vielleicht doch mal so erhalten, bevor die da alle aktivieren. Ihre Karte hat die Spezialsachen, die ich noch nicht gesehen habe. Überleid. Ja, ich gebe mal hier den Leader-Token aus und tausche meine Initiativkarte mit einer glümerischen Karte und bin sozusagen jetzt hier vorne. Also wir aktivieren erst, dann die Jade sehen oder der Jade sehen und dann die Gegner. Ja, genau. Dafür ist der Token abgegeben. Das ist jetzt quasi keiner wieder der Leader. Bis, ja, irgendwas getriggert wird, was dann den Leader-Token jemandem gibt. Okay, dann bin ich also dran. Ich bin ja irgendwie... Wir haben leider echt ein bisschen Pech gehabt. Wir wollen ja dieses Board leer kriegen. Da sind jetzt irgendwie alle gespawnt. So ist es nun mal. Ich würde ja fast wieder so ein bisschen zu dir hinkommen, oder? Ach so, aber ich dachte, ich laufe da einfach runter von dem Brett. Dann kommen die auch alle runter. Ja, klar, die laufen dir hinterher, ja. Aber sie laufen schneller als ich. Und du bist erst mal dabei. Das heißt, ich... Ich werde den einfach nur killen, oder was? Nur killen und mir noch eine Loot-Karte holen. Wo ist er? Aber ja. Dann würde ich mal ein Manöver machen. Und erst mal kämpfen und mich dann bewegen. Ja, dann kämpfen und dann gucken, ob du ihn überhaupt tötest. Das ist auf drei. Ja, das kann... Ja, du hast nicht ganz unrecht, Pech. Pech weiß, wie viel ich so werfen kann. Ah, guck mal, da scheppert es. Dr. S. scheppert. Man kann ja übrigens auch als eine Aktion fokussieren machen. Dann darf man seinen Re-World-Token umdrehen oder den... Du bist aber noch beim Manöver. Ich bin beim Manöver. Das heißt, ich bewege mich jetzt noch um zwei. Eins, zwei. Und dann ziehe ich... Ist das eigentlich eine freie? Nee, das ist eine Interaktion mit dem Gelände hier. Das ist also meine zweite Aktion. Eine Loot-Karte. Darf ich beide sehen? Ja. Eine auch so. Ah ja, okay. Ja, ja, ja. Jetzt können wir ja mal kurz zeigen, was ich hier gekriegt habe. Ich habe jetzt vier, zwei Waffen. Ich habe das falsche Waffe. Es macht schon Sinn bei der Loot-Box da. Ich habe jetzt hier eine Waffe. Damit könnte ich nochmal angreifen. Oder ich habe diese Ranged Weapon. Damit kann ich auf Range 1 untertacken. Und ich nehme natürlich mal die Ranged Sachen, weil man kann ja als freie Aktion auch eine Loot-Karte benutzen. Deswegen gebe ich die hier mal wieder zurück an Piet. Und dann bin ich auf... Die darf ich behalten. Dann, äh, jetzt wirst du... Ja, die darfst du behalten. Ja, passt. Dann lege ich jetzt mal hier meine Sachen. Wow. Zack, zack, zack. So, das heißt zweite Aktion. Und dritte Aktion würde ich wirklich mal mich fokussieren und meinen Marker hier wieder aufbauen. Und jetzt würde ich vielleicht... Sollte ich... Willst du, dass ich nochmal mein Old Map benutze und hier wieder ein Movement zurückgehe? Hat das irgendeinen Effekt? Ich weiß nicht, ob ich dir da irgendwie entgegenkomme, um irgendwie die da nochmal näher angreifen zu können. Nein. Ich sage mal, wenn diese Karte hier nochmal kommt, dieses Gebiet, also wenn... Jetzt kommt ja die... Ach so, ja, das wissen wir ja nicht. Das wissen wir ja nicht, genau. Das wissen wir nicht. Das musst du selber wissen, ob du da wieder gehst. Ach komm. Aber du hast ja noch eine Aktion. Eine hast du noch. Und es darf kein Manöver sein und keine Interaktion. Oder hast du dein Topf schon? Ich habe ja fokussiert. Ach so. Genau. Ich habe jetzt würde nur... Ich zeige es euch mal, damit wir es mal gesehen haben. Ich benutze jetzt einmal eine freie Aktion. Die darf man auch nur einmal ausführen, diese Sachen. Und benutze halt meine Old Map. Jetzt nehme ich den Marker runter. Old Map habe ich... Es ist schon einmal... Also finde ich es ja interessant, weil er ist da gerade lang gelaufen. Man braucht jetzt die Karte hoch. Ja, das sieht auf einmal alles ganz anders aus. Von hier unten. Ja, das ist ja so hohes Gras. Da ist man manchmal so ein bisschen verbraucht. Das ist auch so ein hohes Gras. Ja, so mache ich es einfach mal. Man kann hier, glaube ich, schon echt schöne, spielerische, strategische Entscheidungen treffen. Aber wir wollen es euch natürlich auch mal so ein bisschen zeigen von den Bewegungssachen. Ja, das zeigen. Das zeigen. Wir sind die totalen Zeiger. Piet, du bist dran. Ja. Und Piet steht hier hinter der Hyäne. Die kann ich nur sagen, es ist ein Traum, wenn man die zähmt. Achso. Ich mache als erstes ein Manöver. Was soll's? Ich greife den da an. Ich habe nur zwei Würfel im Angriff. Ja, Best Hands. Und der hat zwei, ne? Der, genau, das ist ja der Slaughterer. Und ganz wichtig war ja auch, hätte Piet sowas wie gehürfelt, dann würde das auch negiert worden. Also das, was du alles richtig gut hast. Und dann darf ich mich bewegen. Zwei Felder, aber wie du sagst, sie zu zähmen ist ja ganz gut. Ich gehe jetzt hier ein Feld. So. Jetzt als zweite Aktion will ich die Sache mal zähmen. Du zähmst und du spielst aber die Karte, oder was? Das wäre eine rote Karte. Ich habe keine rote Karte. Ah, okay. Sonst hätte Piet gleich das zähmen können. Du hast auch einen... Aber ich booste mich bei der Aktion einfach mal, weil ich hier so eine Art Ding habe. Das heißt, Piet hat drei regulär plus eins, darf jetzt also mit vier Würfeln werfen. Gegen drei Würfeln. Ich brauche jetzt drei Erfolge. Wünsch mir mal Glück. Vier Würfel, drei Erfolge. Ey, eins, drei, drei. Cool. So, damit ist dieses Tier gezähmt. Schwupp. Schwuppdiwupp. Wir können es euch ja auch hier nochmal zeigen. Und auch mal die Karte gleich. Ihr seht es hier. Es gibt, glaube ich, auch in der Kampagne Miniaturen dann ohne Sattel, die erstmal für die Bestien nur zeigen. Und das ist dann die zehnte Variante. So, schupps. Klopp. Die sitzt da richtig fest im Sattelpil. Ja. Und jetzt habe ich halt dieses Reiz hier. Das Reiz hier sagt, ich kann mich um einen mehr bewegen. Und brauche jetzt natürlich zwei Felder. Ich habe also eine Size von zwei. Und ich als Fähigkeit, als Sonderfähigkeit habe ich euch einen Angriff von drei machen kann. Als freie Aktion, die beißt dann also irgendjemanden. Ich muss aber jede Runde jetzt überprüfen, ob ich da auf dem Sattel bleibe. Das zählt nicht gegen unsere drei Aktionen, die wir jetzt im Zweispielerspiel pro Heldin haben. Sondern das muss vorher überprüft werden. Und zu sagen, ja, Piet, genau, du kannst es da auch manchen. Man kann natürlich auch klassisch nur auf einem Tier sitzen. Und Piet, wo habe ich, du warst hier, wa? War das Tier? Schön vom Board geholt. Und dann. Jetzt kannst du ja richtig durch die Gegend reiten. Nee. Kannst du nochmal irgendwie moving mit irgendwas? Aktuell nicht. Ich habe angegriffen, ich habe gezähnt, ich habe noch eine Aktion. Du hast noch eine Aktion, aber die darf ja nicht eine Manöveraktion sein. Du könntest jetzt noch eine Karte spielen mit Movement. Ja. Theoretisch. Theoretisch praktisch. Hattest du eigentlich noch kein Leben verloren? Nee, anscheinend nicht. Nee, habe ich noch nicht. Du hast aber nur sieben Leben als Grundwert. Ja, und jetzt als Tank. Ich würde das nochmal sagen, ja. Stimmt. Ich bin wendiger, anscheinend schwerer zu treffen. Aber ich spiele einfach mal eine Karte. Die sagt, ich habe Movement und Speed. Bedeutet, ich kann mich bewegen mit meinem Movement-Wert. Das sind in dem Fall drei. Speed bedeutet, ich kann so oft diagonal laufen, wie ich möchte. Ich slotte die Karte nicht, weil ich müsste immer erst eine blaue slotten. Dann kannst du die hier auch noch abwerfen. Das war ja deine Boost-Karte. Die Boost-Karte, genau. Das heißt, du kannst dich jetzt drei Felder bewegen, weil die Hygiene ihm den Bonus gibt. Alles auch diagonal. Er dürfte nur nicht durch schwieriges Terrain laufen. Das wäre dieses und dieses Feld. Das sollte er vermeiden. Aber kannst du ja super. Naja, eins, zwei, drei. Und stell dir mal vor, wie geil das jetzt wäre, wenn die hier gespawnt wären. Ja. Aber sind sie nicht? Ich kriege aber einen Flur dazu. Weil der Marker ist ja schon, weil ich ja dieses Grab besucht habe. Gehe ich auf die Fünf und das war meine dritte Aktion. Dann sind wir mal wieder gespannt, was hier unsere Region so sagt. Gucken wir mal. Opulenz. Whenever Heroes int in a space containing Loot-Token, draw two Loot-Cards. Entschuldige, ich habe das mal vorweg gegriffen. Ich glaube, dass du einfach dann wirklich zwei kriegst. Du ziehst dann zwei und nicht nur eine. Ja, aber so hättest du auch nur eine gezogen anscheinend und hättest du die bekommen. Aber ich habe in der Anleitung auch sowas gesehen wie, ja, ist wurscht, aber ja. Was wir nicht wissen und das weiß auch keiner ist, weil die Tiere interagieren jetzt ja alle. Aber nur die Bestien, nicht du. Das ist ein gezähmtes, nur wenn sie frei wären. Also die rennt jetzt nicht einfach durch die Gegend. Ja, das ist schon. Nee, nee, du bist schon da fest im Sattel, funktioniert alles. Das ist auch ein ongoing effect. Solange wie da eine neue Eventkarte dann raufkommt, bleibt es da. Und jetzt triggern jetzt hier alle unsere Level 1. Erstmal Specialist gibt es nicht mehr. Und dann unsere Level 1 Leute, unsere Tracker. Die haben alle einen Bewegungswert von drei. Okay, 1, also die gehen ja zu dir. 1, 2, 3. Ja, aber wir sind gleich weit weg und ich bin der Nächste, der dran ist, weil ich da ganz vorne bin. Der steht dafür auf. Der steht auf, bleibt dann aber da stehen, macht quasi nichts. Dann kommen die hier. 1, 2, 3. Ja. Und dann kommt der her. 1, 2, 3. Ja, und da seht ihr das schon, wenn ich hätte vernünftig nachgedacht und hier stehen geblieben wäre, dann wäre der nicht zu mir gekommen. Nee, dann wäre er zu mir gekommen. Dann wäre er zu PIT gekommen. Macht ja nichts. Der ist im Angriff jetzt mit mir. Der hat ja, wie wir uns noch an die Karte erinnern, in einer Angriff. Er ist auch alleine, also bleibt es bei 1. Keine anderen Keywords triggern. Der hat also 1 Schaden. Und ich aktuell bin ja immer noch in meiner Kombo, in meinen blindigen Arrows. Wir machen aber was anderes. Ich bin ja ganz doof, weil ich die Karte jetzt erst gelesen habe. Ich spiele mal eine Reaction-Karte. Du spielst eine Reaction-Karte? Ja, weil ich die dann ja slotten darf. Dürfen wir die denn spielen? Ja. Ah, Buy-N-Ali. Buy-N-Ali, genau. Und ich kriege jetzt so viel Movement. Ich kriege jetzt also drei Movement und darf mich auf dein Feld bewegen, wenn ich sie schaffe. Das schaffe ich natürlich. Das heißt, PIT kommt zu mir. Ich komme also hier auf dieses Feld. Und wenn ich auf dem Feld bin, dann verteidige ich anstelle von... Ah, okay, du wirfst dich hellenhaft in die... Genau, aber ich kriege dafür einen Fury. Das ist ja eigentlich eher so der Effekt, den ich haben wollte. Und ich darf die Karte slotten. Und PIT ist bald durch. PIT braucht nur noch zwei Fury. Dann geht der richtig ab. Dann darf ich mir die Karte rumreden. Und du verteidigst jetzt für mich. Ja, richtig. Mit vier Würfeln gegen einen Angriff. Also PIT braucht mindestens einen Erfolg. Ja, easy peasy. Ja, er hat mich gerettet. Ah, hast du richtig. Aber du hast ihn ja sogar mit dem Arsch der Hygiene. Du hast dich nicht mal in seine Richtung gedreht. Ich habe auch falsch, äh... So wenig Respekt wirst du diesen Tracker. Eigentlich ist das so. Weil ich habe mich ja dazwischen geworfen. Ach so bist du. Ah, verstehe. Okay, ja. Heldenhaft. Und ich hätte ihn beinahe selber noch abgeschossen. Nein, ich war schon dabei, den Pfeil zu lösen. Genau, aber damit sind hier die Aktionen fertig. Damit sind die Einser durch. Zweier gibt es auch nicht mehr auf dem Brick. Den habe ich... Nein, die hast du alle. Ich alle. Den einen habe ich noch zum Glück noch geschafft. Hast du glorreich. Aber... Das heißt, es gibt mal wieder eine Spawn-Karte. Ah, okay. Diesmal spawnen sie aber von der Seite. Ja, wir haben bloß ein Problem, glaube ich, mit dem eigenen Händen. Der Stunner, der... Der hat uns jetzt so ein bisschen... Der kostet uns ein bisschen Zeit. Jetzt kommen hier, seht ihr. Zwei Level Einser, ein Level Zweier, Zwei Level Einser, ein Level Zweier. Und dann kommen wir gleich dazu. Und zwar hier auf der rechten... Aus dem Ostblügel. Genau. Da spawnen die. Also. Zwei Level Einser. Dann haben wir einen Zweier. Das war ja dieser Slaughter-Typ. Und dann nochmal, bitte. Und dann hier unten. Und wir haben hier nur... Doch, haben wir nicht. Da passt es. Wir haben genug. Wir haben aktuell genug. Wenn es halt keine mehr gibt, gibt es keine. Und wenn übrigens diese Felder voll wären zum Spawnen, dann kommen die auch nicht. Ja, wenn das Limit erreicht wäre. So, dann darfst du einmal würfeln. Dann darf ich einmal würfeln, weil jetzt gibt es nämlich ein neues... Jetzt spawst du nämlich ein neues Wesen. Und ich habe so eine Ankammen. So eine Hyäne. Und die sind halt je nach Szenario... Genau, in dem Fall ist es eine Hyäne. Und die kommen... Die kommen auf... Seht ihr ja wieder hier auf dem... Jetzt quasi auf dem westlichen Teil, also auf dem linken Teil der Karte, ganz oben rechts hat Piet da auch eine hingezogen. Übrigens diese, sag ich mal, unsere möglichen Reittiere und auch diese... Ja, was sind das? Irgendwie so Feen, komische kleine Töpfelchen gestalten. Die zählen auch alle nicht als kämpfende Leute. Also wenn die hier noch verteilt sind, ist das egal. Scrollt wirklich weiter, sobald wir alle hier sind. Ja, mal gucken, ob wir das haben. Ja, das stimmt schon. Ich sehe aber, dass du irgendwann nächste Runde das Lädd irgendwie abschießt. Ja, das könnte... Ich habe leider ja noch nicht... Bin noch nicht so in Fury. Ich habe hier nämlich Reign of Arrows. Damit könnte ich irgendwo hinschießen. Das ist ja nicht, was ich kann. Aber ich kann auch auf Range 3 mich hochboosten. Gut, also, wie auch immer, wir sind jetzt wieder dran, Karten nachzuziehen und oder abzuwerfen. Ich werde jetzt, glaube ich, mal was ab... Ich hoffe, dass da ein Dreieck dabei ist. Ich werfe doch nicht, aber ich behalte die einfach. Ich behalte die einfach. Ich bin nur ein Dreieck dabei. Aber ja. Ich werde fertig. Dann gehen wir mal los, ne? Dann gehen wir los. Dann ist das... Soll ich einfach mal da reinschießen? Oder können wir... Also irgendwie... Also die Aufgabe ist es, die hier erstmal wegzukriegen. Das heißt, ich würde ein Manöver machen, hier hingehen und mit Range 1 da reinschießen. Oder soll ich noch weiter... Ich weiß nicht, was du... Ich kann mich zwei Felder bewegen. Also ich komme nicht da in Schussreichweite aktuell. Ich auch nicht. Ich schieße jetzt mal hier rein. Schieß doch mal rein. Ich schieße doch mal rein. Und dann... Ja. Greife ich an mit drei Würfeln. Komm jetzt. Wäre doch mal geil. Vier Hitpoints. Mit drei Würfeln? Eins, zwei. Zwei sind weg. Zwei sind weg. So. So. So, so, so. Jetzt könnte ich zum Beispiel... Ich könnte jetzt nochmal... Diese Karte hier zum Beispiel spielen. Range 1. Nochmal ein Attack. Also nochmal ein Range 1 Attack. Für dich, glaube ich... Könnte ich machen. Oder aber... Ich habe ja auch meine Ranged Weapons. Das heißt, ich benutze mal als freie Aktion... Meine Ranged Weapon. Mach also jetzt nochmal ein Range 1 Attack. Also nochmal auf drei. Soll ich dir nochmal rerun? Ich habe gerade hingeguckt. Das ist so wie... Ich fühle mich gerade so wie... Ich benutze nochmal meinen... Mein reroll. So. Zwei. Damit sind die anderen beiden jetzt hier auch weg. Mhm. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich also... Ich habe meine Angriffsaktion gemacht. Ja. Ich habe meine freie Karten, also Gegenstandsaktion gemacht. Verwenden eines Gegenstands. Könnte jetzt also noch eine Sache machen. Ich könnte... Also ein Gegenstand ist ja keine Aktion. Gegenstand benutzen ist eine freie Aktion. Blut benutzen ist eine freie Aktion. Genau. Es ist eine freie Aktion. Aber die darf ich ja auch nur einmal machen. Ja, ja. Genau. Also ich habe... Ich habe jetzt also noch... Zwei. Noch zwei Aktionen, wolltest du damit sagen. Richtig. Ja, hast du vollkommen recht. Ich könnte... Ich kann halt die nur... Meine... Diese Kombo hier halt nur zünden, wenn ich angegriffen werde als Verteidigung. Aber dafür habe ich auch... Kannst du dann wenigstens angreifen? Danach? Nee. Ich kann quasi wegrennen dadurch. Ich habe so einen Blinding Error. Aber ich könnte nochmal... Aber da darf ich... Kann ich mich nicht überlegen. Hast du schon eine Karte gespielt? Nee, ne? Nee, aber die helfen. Wie viel... Du bist ja auch nicht verwundet, wa? Nee. Aber ich darf auch nur drei laufen. Das kann man nicht... Ich war gerade so ein bisschen unnötig, glaube ich, was ich hier gemacht habe. Ja, wie das immer so ist. Man könnte natürlich viel coolere Züge machen, wenn man sich vernünftig all seine Sachen anguckt. Aber ich habe mich mal jetzt entschieden, nicht ganz effizient zu spielen. Ich werde jetzt nämlich... Ähm... Mal... Was ist das? Was machen? Also grundsätzlich kann man auch hier Karten discarden, ne? Wenn man die rausmachen will, kann man die abwerfen, um dann vielleicht andere Kombos dann doch zu zünden. Da hatte ich mich jetzt ein bisschen versteckt. Ich werde jetzt erst mal als meine zweite reguläre Aktion meinen Re-World-Token hier wieder aktivieren, weil das habe ich ja immer mal gebraucht. Und werde dann jetzt diese Karte hier spielen als die Karte. Das ist ein Range-1-Attack. Und ich werde, glaube ich, auch mal... Slotte ich die? Sonst bleibe ich mal mehr im Defense, falls ich jetzt vielleicht angegriffen werde. Ich lasse also die Karten hier und slotte die nicht. Kriege aber ein Fury, weil ich sie spiele, für Range-1-Attack. Und mit dieser Range-1-Attack greife ich hier da an. Zack. Versuche den mal, der da Piet so ein bisschen beäumelt hat, zu killen. Wieder Angriff mit drei Würfeln. Aha, so würfelt man. Wenn man das nicht braucht, dann würfelt man so. Die Aktion, die ich gerade im Kopf hatte, auch egal. Und prinzipiell ist es natürlich ein kooperatives Spiel. Man könnte sich absprechen. Was kann der andere, was will der andere? Ja, ich bin mit meinen drei regulären Aktionen durch. Schön. Habe ich jetzt deinen totalen Superzug versorgt? Ja, ich habe gerade überlegt. Ja, geil. Dann balze ich den jetzt weg und mache das und das. Naja. Mache ich halt nicht. Okay. Hätten wir es jetzt irgendwie geschafft, diesen Typen wegzuhauen? Ja, ich hätte das wahrscheinlich... Aber wir warten einfach noch eine Runde. Wir haben eine Zeit. Dass da wieder so welche spawnen. Ja, wir lieben das einfach. Nicht so effizient. Living on the edge. Ja. Ja, das ist wirklich so. Was mache ich denn jetzt? Muss ich bewegen auf jeden Fall. Das heißt, ich mache also Manöver und Fight. Was anderes kann ich ja nicht tun. Also, als erstes muss ich nämlich gucken, ob ich diese Kreatur behalte. Ja. Das heißt, Pete muss wieder die Zähmen, also nicht als eine Aktion, sondern er muss zähmen und ihr seht, aber hier oben ist es wieder so. Er kann eine rote Karte abgeben, dann ist das Ganze erledigt. Oder muss wieder drei Erfolge werfen mit seinem Art-Wert, der ist aktuell bei drei, drei Würfel, drei Erfolge. Ansonsten beißt die Hiene dich wieder, dann wird sie... Vom Brett, genau. Ja, läuft weg. Dann läuft sie richtig weit weg. Richtig angepisst dann weg. Aber ich habe ja so eine grüne Karte. Eine grüne Karte? Die ist Rot, Pete. Der alte Running Gate. Ja, also Dreieck ist Rot, Kreis ist Grün und Vierck ist Blau. Aber ich kriege den Fury nicht. Na egal. Nee, du kriegst den Fury. Und einen Rangenteck brauche ich aber trotzdem nicht. Dann benutze ich die Karte. Zum Zähmen. Du behältst also die Kontrolle weiter über dieses nicht ganz so wilde, jetzt immer noch gezähmte Biest. Genau, also mache ich mal als Manöver. Eins, zwei. Guten Tag. Da muss Pete auch stehen bleiben, weil es ist ein Terrain mit runden Ecken, was quasi... Aber dann darf ich mal angreifen mit zwei Würfeln. Du greifst jetzt den Slaughter-Typen an. Denk dran, Pete, keine Doppelsymbole. Eins. Und es reicht aber nicht, weil der hat einen Rüstungswert von zwei. Ja, schade auch. Der ist halt so. Willst du nochmal nachbauen? Nö, will ich nicht. Ich habe noch eine freie Aktion. Und zwar kann die Hyäne ja als freie Aktion einmal zuweisen. Die würfelt nämlich drei Würfel. Ja, mal gucken, ob die besser drauf ist. Hey, hat sie gemacht. Eins, zwei. Weggebitten. Das war der Slaughter-Man. Ich will mir mal auf Hauspunkte geben, aber das gibt es ja nicht. Das war zwar die erste Aktion. Eine freie Aktion. Die zweite Aktion ist, ich spiele diese Karte. Zeig mal, was die macht. Ich kriege einen Bonus-Token und zwar für Defense, also so ein Plus-Eins-Token. Ein Plus-Eins-Token, ja. Der liegt so lange bei mir, bis ich Verteidigung würfeln muss. Ich lege den nochmal drauf, damit ich ihn nicht vergesse. Ja, vielleicht machst du den doch so hin, oder? Sieht man das denn nicht? Ja, doch. Und dann, jetzt muss ich nur gut würfeln. Weil ansonsten geht meine ganze Aktion nicht auf. Was willst du denn jetzt machen? Nämlich, äh... Ah, du willst jetzt Fury. Ich will, ich brauche zwei Fury. Gibt es da null? Nein, jetzt gibt es nur eins. Eine, zwei und eine, drei. Ah. Und du wirst Lieder. Ich werde Lieder und es ist diese Karte. Pech. Ah, du wolltest dein Fury zünden. Das wäre doch echt cool gewesen. Wollen wir einfach nur, weil wir euch das vorstellen hier, mal so tun, als wenn Piet ein Zweig wird, bitte? Wir brauchen ja noch eine Runde. Wir kommen ja nächste Runde. Weil wenn ich die Combo zünde, dann kriege ich ja hier einen Fury. Wir kommen nächste Runde. Ich werde ja angegriffen. Wir kommen nächste Runde, sagt Piet. Alles klar. Du hast hier deinen Lieder-Token. Ja. Erste Aktion, hinlaufen. Zweite Aktion, nur die Karte spielen. Habe ich noch eine Aktion. Die macht leider nichts. Du könntest noch mal auf Fury rollen. Nämlich mit Fokussieren. Ja, aber das ist ja... Und dann könntest du sogar deine Fokus-Attack... Fury ist ja eine... Das ist eine Freie Aktion, die kannst du gleich... Oh, dann nehme ich den Würfel. Das ist eine gute Idee. Genauso wie Combo. Ich weiß nicht, was hast du gerade für eine... Aber das ist eine Verteidigungskombo. Also, Piet fokussiert. Da könnte ja entweder sein Rural-Marker... Ja, okay. Eins. Oder halt den Würfel einmal wählen. Und damit ist er jetzt richtig on-ray. Jetzt habe ich mich so ein bisschen hochgeschaukelt. So, zeig mal hier. Das ist hier die Rückseite. Genau. Und dann wird die jetzt hier einmal umgedreht. Und dann kommt Landhorn Charge. Longhorn, mein Freund. Longhorn Charge. Weil du hast so einen Longhorn-Helm auch. Hier, da ist der Longhorn. Alla Loki, der Helm. Stimmt. No. Brit. Also, ich kann ziehe ein Feld anvisieren. Und bewege mich dort, was ich in einer geraden Linie erreichen kann. Und kann alles ignorieren, was in der Termin da ist. Sogar hier sowas. Also, reite auch über Stock und über Stein. Ja, gereitet über alles. Und dann kriege ich Angriff plus eins gegen alle Felder, die ich passiere. Also, auf jedem Feld gibt es einen Angriff plus eins. Also, auf den Start, auf den Ziel und alles, wo ich durchkomme. Und alle Figuren sind gestunt. Wenn sie nicht tot sind. Wenn sie nicht tot sind. Und ich würde der Leader werden. Das heißt, du willst jetzt hier hinrennen. Ja, ich werde jetzt hinrennen. Das mache ich auch. Man wuffelt ja auch noch einmal. Das ist eine freie Aktion, die Harno zu aktivieren. Also, ich reite da jetzt nach oben. Das heißt, Pete droppt wieder auf null Fury dann. Und muss dann seine Attacke gleich wieder umdrehen. Oder ja. Angriff plus eins. Er ist drei Würfel. Drei Würfel. Und ich bin leider nicht bei dir in der Nähe. Ich könnte ihn nicht boosten. Ich habe auch keine Angriffsboost. Hast du eine Boost-Date? Ja, nicht für Angriffe. Ich bin ja der Verteil. Okay, okay, okay. Jetzt wollen wir also. Cool wäre, wenn so zwei Erhit. Zwei Einsen. Ja. Bestens. Zwei Einsen. Warum zwei Einsen? Weil natürlich hier auch wieder so ein Typ steht, der die ignoriert. Du greifst jetzt jedes Feld damit an. Also hier, zwei Einsen. Die beiden sind damit weg. Er hier ist auch mit zwei Erfolgen quasi weg. Einen Doppelerfolg hätte er negiert. Also auf einem Würfel. Deswegen ist er weg. Sehr schön. Und jetzt hier auch. Also die Kombo ist schon. Fury-mäßig hat die schon. War die gut. Muss man nicht anders machen. Wie effektiv war ich. Vielleicht hätte ich auch nur mit denen über den Haufen rennen sollen. Aber dann wäre ich hier hinten. Ja, aber ich finde, dass diese Massenansammlung da mal weg ist, ist schon irgendwie gut. Ist schon irgendwie gut. Damit bin ich fertig. Bist du fertig? Und jetzt wird wieder die Jadesee. Ah, die Jadesee. Ja, dann aktivieren hier die Einser. Das ist auch irgendwie easy going. Du bist Leader, wa? Aber ich bin näher dran. Er geht auf mich zu. Also eins, zwei, drei. Ja, aber nächste Runde. Es wird nämlich sofort gescrollt. Aber wir hoffen einfach mal, dass es dann nicht spawnt. Dann gibt es die Zweier. Es gibt keine Zweier. Dann geht es hier wieder. Es spawnt nichts. Es spawnt einfach nichts. Es spawnt nichts. Doch, es spawnt was. Aber es spawnt auf dem richtigen Board. Also alles, was ich gerade weggenommen habe, ist wieder da. Kommt jetzt gefühlt wieder. Ja, also hier gibt es jetzt wieder auf der rechten Seite neue Lode. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Zweier, der zu dir kommt. Dann haben wir zwei Einer. Wieder einen Zweier. Wie tatsächlich schon gesagt. Und zwei Einer. Und es gibt jetzt auch wieder eine neue Kreatur. Den kannst du mal werfen. Mal gucken. Blank. Ist wieder eine Hyäne. Gibt keine. Gibt keine. Dann gibt es keine. Dann gibt es keine. Die beiden Hyänen, die wir haben, sind alle auf der rechten Seite. Wenn dieser Spawn-Stapel leer ist, der wird dann einfach normal gemischt. Und geht wieder ran. Nö. Dann. Piet, Karten. Wieder hier bis abwerfen, möglich und nachziehen und oder und überhaupt. Nein, ich werfe die mal ab. Ich ziehe mal einfach eine. Auf der Hoffnung, dass ich. Jetzt habe ich nur noch zwei. Ich ziehe zwei Karten. Ich muss eine nachziehen. Das heißt, mein Deck wird jetzt hier nochmal gemischt. Ich habe nicht so viele Karten ausgespielt wie Piet. Der pfiffige Stratege. Der pfiffige Stratege. Ich will ja nur diese. Während Piet da noch ein bisschen zieht. Ihr werdet es vielleicht nicht sehen. Aber auf unserer Lebensleiste hier kommt man mit so kleinen Punkten. Umso mehr man verletzt, es werden die mehr. Hier habe ich zum Beispiel einen Punkt. Ab sechs zwei. Ab zwei Leben habe ich noch drei. Das ist die eine Aktion, die wir noch nicht gemacht haben. Also Punkte sind es gar nicht, wenn ich es richtig sehe. Weil es sind nämlich diese Art Würfelsymbole. Das sind kleine Vierecke. Und die bedeuten einfach eine Aktion heilen, die man auch machen kann. Die wird stärker, umso schwächer man ist. Ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie spiemischer. Ich finde das ganz interessant, weil man manchmal vielleicht auch überlegen muss. Ich bin jetzt hier erst bei drei. Ich habe noch einen Lebenspunkt verliehen. Dann kann ich nämlich mit einem Würfel mehr werfen und hätte Potenz. Oder man stirbt einfach. Ja, also da muss man ja auch noch gut werfen damit. Das bedeutet ja nur, dass man dann mit bis zu drei Würfeln wirft. Und für jedes Erfolgssymbol kriegt man dann ein Leben. Gut geschrieben. Jut, Piet. Das haben wir gemacht. Der Jut, Piet. Der Jut, Piet. Das bedeutet, ich bin wieder am Start. Und ich werde den jetzt einfach mal weghauen, damit wir mal scrollen, oder? Endlich mal die Queste schaffen. Endlich mal die Queste schaffen. Und ich würde dafür... Dafür einfach mal meine freie Ranged Weapon-Sache wieder hier benutzen. Das darf ich quasi jetzt, nachdem ich es das zweites Mal benutzt habe, nur noch einmal benutzen. Range 1 Attack auf ihn hier. Also wieder mit... Es sind ja immer noch drei... Oh, wie du verkackst. Ich habe ja noch einen Re-Roll. Jawohl. Dank. Damit ist er weg. Damit ist er weg. Und das passiert jetzt auch sofort. Alles wird unterbrochen. Alles wird zerbrochen. Das Biest hier kann da mal wieder auf das Hygien-Board... Es scrollt natürlich nur weiter, wenn es weitere Scoring-Teils gibt. Also das sagt das jeweilige Szenario. Und in unserem Fall ist das auch noch so. Es sagt nämlich, dass jetzt das Jadese-Teil... So, jetzt haben wir also hier das Teil 3 des Jadesees. Approaching the tents, you soon see that the kids' halls have lived up to the reputation. The camp has been devastated. Multilated bodies bear the signs of savage violence, and some appear to have been tortured. As you survey the carnage, you hear the distant howls of a pack of Hyrtes. Always running in your direction. Jetzt wird hier gesagt, wir platzieren auf jedes Feld mit einem Zeld so ein Objective-Market. Ja, ja. At the following spawn card on the top of the spawn deck, M01, if you are playing with two or three heroes. M01 soll jetzt oben aufgelegt werden, oder? Da wird oben auf das Deck gelegt. M01 haben wir, da mussten wir raussortieren. Ja, das kommt jetzt dazu. Deswegen kommt das jetzt dazu. Okay, okay, okay. M01 ist diese Karte hier. Ich habe sie mir sogar nicht mal angeguckt. Dann dürfen wir jetzt noch eine weitere Gegnerkarte ins Spiel nehmen. Und zwar kommt der Flair mit ins Spiel. Gucken wir mal hier, was das ist. Uiuiui, der Flair. Das ist der Level 3 Minion. Und der reitet selber auf einer Hygiene. Und guck mal, was für geiler Scheiß. Was für ein geiler Scheiß. Der hat hier nämlich wirklich diesen Flegel, also diesen drei Striemen. Ich will den nicht abbekommen übrigens. Sagt übrigens auch, the Flair attack target all nearby heroes. Also wenn der in einem Feld steht und da sind mehrere Helden in ihm, darum gibt es gleich Rundumschlag. Ja, aber er hat auch eine Größe von zwei, weil er ist ja beritten. Er hat einen Angriff von vier. Oder die haben einen Angriff von vier. Aber noch ist keiner auf dem Brett, zum Glück. Noch nicht, aber wir haben ja die Spawn-Karte. Der wird wahrscheinlich jetzt gleich spawnen. Jetzt müssen ja auch irgendwie diese Dudes und bei Level 3 Leuten gibt es aktuell jedenfalls hier keine Specialists, sondern nur Minions. Spawn ein Level 1 Chef in dem oberen Zelt. Der Hunter soll ins obere Zelt gehen. Da ist einer drin. If it is already in play, it gains a Bonus-Token. Also der ist ja gerade, der ist schon gestorben. Also er würde dann, das wäre der, der hier auf dem Brett kommt. Deswegen war es gut, dass wir den Hunter, unser sekundäres Ziel, ausgeschaltet haben. Und dann kommt die Planung der Quest-Card with Quest-Card 2, der Gästlich-Side. Damit ist die Karte hier abrundet und damit würde hier also die nächste kommen. Und da ist so ein Berittnis, also da ist hier so eine Füße hinzusehen. Du meinst diesen Drachen da, oder? Ja. Und unser Ziel ist es jetzt, dass wir diese Hütten durchsuchen. Ihr seht, hier sind auch diese zwei Felder. Wir haben die beiden Marker aufs Feld gelegt. Und wenn beide da durchsucht worden sind, dann geht es hier weiter. Das heißt, das ist jetzt hier, wir müssen da eine Interaktion machen. Das ist auch eine von unseren Aktionen. Ja. Und dann nehmen wir den einfach raus. Also eine Aktion müssen wir uns nur merken, dass wir da auch eine Aktion für übrig haben. Das ist ja keine freie Aktion. Und wenn wir da, ja, in beiden Hütten, ich weiß auch nicht, ob das so geil ist, wenn wir einfach so in die Hütten. Hallo! Also, alleine den Effekt, dass ich mit dieser Hütte einfach in die Hütte reite. Guck mal, auf einmal stehe ich hier hinten. Ja. Und Piel ist hier. Und du bist noch dran. Und ich bin noch dran, weil ich habe ja einen Scrollie gemacht. Tja, okay, okay, da ist auf einmal hier in der Mitte jetzt so eine kleine Armada. Die haben mal so eine Wand aufgebaut. Ja. Ihr kommt hier nicht rein. So sieht es ein bisschen aus, ne? Aber ich bin ja da im Führung. Und deine Angriffe haben nur noch Reichweite 3? Nee, noch nicht. Die haben nur noch eins. Aber ich könnte sie zu Range 3 machen. Eins, zwei, drei. Die Frage ist, ob du dich bewegen willst. Weil ansonsten... Ich habe jetzt mit meiner Waffe angegriffen. Ich kann mich zwei Felder bewegen. Eins, zwei. Und wenn ich denn Reichweite 3 hätte, wäre ich hier eins, zwei, drei. Also den Typen, den Hunter kann ich nicht... Nee, den kriege ich schon. Den holst du. Vor allen Dingen, weil ich in die Hütte möchte. Mit der Höhe habe ich ja Bewegung 3. Und es wäre auch wieder gut, den Hunter auszuschalten. Weil wenn es denn wieder zum Spawn kommt, triggert der wieder solche neuen Tracker-Typen. Stimmt. Und der hat auch wieder einen Loot dabei. Ha, ha. Das stimmt auch. Der hat eine neue Tasche dabei. Ja, hast recht. Ähm... Eins, zwei, drei. Aber hier hat es schon gelootet, ne? Ist es weg? Ist es dann weg? Mhm. Dann ist es weg, ja. Ah, ja. Was denkt... Wen soll ich denn angreifen? Ich kann eigentlich nur, glaube ich, in Line of Sight, ihn hier oder ihn hier, also hier durch geht es nicht, weil es geblockt wäre, wenn ich auf Level 3... Du hattest ja noch keine Aktion gemacht, ne? Das ist ja nur dein Wurfstein genommen. Ja, meine Dagger. Wurfmesser. Dann hast du jetzt noch drei Aktionen, also was immer du tun möchtest. Und was immer Spaß bringt. Ja. Ich werde mal diese... Gucken wir mal hier. Ich werde mal diese Karte präparieren. Dazu schmeiße ich aber erstmal die hier raus. Mhm. Präpariere diese Karte. Und habe jetzt meine Concusive Errors in charge. Hat er mal einen anderen Fall gezogen. While this combo is charged, all of Pearl's attack gain range 3. Also ich habe jetzt Reichweite 3. Und diese Combo, wenn ich die triggere, die sagt, Präparis targets two different spaces. Ich greife die beide in both targets. Mache einen Angriff in beiden Bereichen. Wenn es dann, dann kann ich sozusagen einen Specialist oder einen Minion stannen in one of the target spaces. Das heißt, ich würde mich jetzt bewegen, glaube ich mal. Und ich meine, die kommen ja trotzdem ran, ne? Ja, die kommen, also die Großen kommen nicht ran. Eins, zwei. Was, wie weit laufen denn die Großen? Die laufen zwei Felder. Also der würde... Die kommen alle ran. Die kommen jetzt alle ran. Aber wenn ich nur hier bleibe, eins, zwei, dann kann ich hier hinschießen. Aber der kommt auch ran, wenn er so viel digital laufen kann. Versuch mal, auf die beiden zu schießen. Ich werde quasi... Also sie kommen eh alle ran. Sie kommen eh alle ran. Also du kannst auf dem Feld weiterlaufen, wenn du möchtest. Du standest hier, oder? Ja. Das heißt, ich gehe mal hier hin. Dann lauf doch hier durch. Dann kriegst du noch einen Fury dazu. Dann kann ich, glaube ich, so. Dann kriege ich erstmal noch einen Fury. Das ist ja jetzt erstmal mein normaler Angriff. Genau. Mein normaler Angriff. Eins, zwei. Ich schieße hier einfach mal auf den hier erstmal. Mit drei Würfeln. Der negiert ja wieder Doppelwürfel. Uh, der negiert diese beiden Sachen. Das ist ja immer so, ey. Soll ich nochmal re-rollen? Ich bin der Meister des re-rollen. Ja, aber du machst das halt auch. Komm, ich mach mal nochmal. Jawohl. Ja, ja, ja. Dafür hast du den Token noch. Ja, ja, genau. Also ich setze den auf jeden Fall gut ein, den Film. Das war ja Range 3. Ach, geil. Na doch. Die sind doch zwei different spaces. Die sind ja irgendwo. Die müssten gar nicht. Oder? Die sind irgendwo. Müssen die? Müssen die in Reichweite sein? Targets two different spaces? Die müssen nicht. Das ist egal. Das ist auch eine Frage, wa? Oder ist das nur ein... Also bei der Fähigkeit vielleicht. Bei der Fury-Aktion ist es egal, bin ich der Meinung, wie steht es da? Bei der Fury-Aktion steht, choose two spaces. Ich würde es auch mal so halten, dass die nicht angrenzend sein müssen. Das ist halt die Kombo. Also das ist halt so ein Special-Effekt. Das ist schon ein bisschen... Und damit würde ich mal auf diese beiden Felder hier schießen. Und ehrlich zu sein, sind die ja auch in Range 1. Also wäre sogar auch normal. Dafür aktiviere ich jetzt also meine Kombo. Die Karten hier werden jetzt also rausgenommen. Dafür wird auch nochmal dieses Fury-Symbol gewertet. Und ja. Erstmal mit drei Würfeln wieder. Beide Felder hier. Gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Oh, das ist ganz gut, ne? Best Case. Ja, Best Case. Das heißt, der kommt weg. Und die beiden gehen weg. Und ansonsten hätte ich auch noch Leute stunnen können. Einen Spezialisten oder einen normalen Minion. Das war jetzt, da muss man echt so ein bisschen, dass man da nicht durcheinander kommt. Die Special, also die Kombo-Twin ist ja eine freie Aktion. Das heißt, meine erste Aktion war die Karte präparieren. Dann einen normalen Angriff machen auf Range 3. Das heißt, ich habe noch eine Aktion. Da könnte ich meinen Marker wieder... Ja, ich mache das einfach mal. Oder ich könnte ja noch eine Karte benutzen. Aber das sind alles... Hier könnte ich nochmal Moven. Moven und jemanden pushen. Move 1 und Push 1. Das ist, glaube ich, das ist albern. Ich werde mal wieder meinen Re-Roll, also mich fokussieren. Den brauche ich ja. Ihr merkt, ich brauche diesen Re-Roll-Token. Von daher, ja, Britt, du wirst jetzt mal heldenhaft durch die Gegend führen. Ich werde diese Hände gerne behalten wollen und benutze diese Karte. Ach so, ja, du musst ja wieder, genau, das darf man auch nicht vergessen, die Hände weiterhin zähmen. Das ist ja auch eine Karte. So, drei Aktionen hat der liebe Mann. Und das erste, was ich mache, ist Manöver, habe ich gehört. Und ich darf mich drei bewegen, weil ich ja auf dieser Hyäne bin. Und dann macht es hier eins. Ich laufe hier an so einen Friedenförder, kriege ich einen Fury. Macht mich auch immer wahnsinnig, sowas. Zwei, drei. Guten Tag. Ich bin der Neue und darf die natürlich auch angreifen. Wir wissen ja noch, beim Angriff gegen den Hunter, der hat einen Verteidigungswert von drei. Du musst jetzt also drei Symbole. Ja, ich habe noch zwei. Ja, klar, kriegt man aber hin. Kann man hinkriegen. Darf ich den gravel? Du könntest den auch graveln, glaube ich. Nee, darf ich nicht, weil ich nämlich nicht on foot bin. Ah ja, genau, du bist nicht on foot. Genau, wenn man verritten ist, darf man nämlich keinen greifen. Aber du könntest einen Re-Roll machen. Ja, aber nicht mit dem. So, dann. Du lässt deine Hyäne nochmal anreffen. Als freier Angriff, genau, die Hyäne, die hat einen Angriff von drei. Wird besser. Hast du nicht den Hunter letztes Mal auch weggebissen oder irgendwen anders? Das habe ich ja gebissen, ja. Achso, wir rufen hier nochmal. Ich habe es gar nicht gezeigt, aber Pete hat schon best... Der negiert ja nicht diese Doppel-Symbole. Ich sage ja, die Hyäne-Effis. Ah, sehr gut. Pete, dann darfst du jetzt eine Loot-Karte. Yes! Haben wir das nochmal? Egal. Nee, bei denen haben wir nur eine dabei. Stimmt, du nimmst einfach, du kriegst jetzt eine Loot-Karte. Genau, und ich kriege hier eine, der hat ein Gesöpft dabei. Invigorating Brew. Das ist verrückt, zeig doch mal. Ja, the hero may ready there. Ah, okay. Das ist quasi wie diese Fokussieren-Aktion. Du kannst dein Nachrollplättchen nach... Oder ich darf... Ich darf ein... Who would die? Also hat es auch nur einen benutzen? Ja, also ich kriege da einen Marker drauf für... Ja. Ja, das erzählte ich noch. War da, Herr Pete? Du kriegst auch einen schönen Marker hier. Das ist ganz wichtig. Ja, sehr cool. Das war ja deine erste Aktion. Das war die freie Aktion, genau. Ja, genau. Aber du hast eine Aktion mit Manöver gemacht. Die zweite Aktion, die ich mache, ist Interagieren. Du kannst den Quest-Marker nehmen. Ich nehme mir diesen Quest-Marker. Super geil. Ja, deswegen muss ich die hier in der ersten Runde auch behalten, weil... Drei Felder... Ja, kannst du nicht jetzt nochmal irgendwas moven nehmen, oder? Hast du irgendwas? Aber du dürftest dann ja nicht nochmal interagieren. Aber du könntest dich schon mal in Positionen begeben. Aber übrigens, hier dürfen wir nicht vergessen. Hier, Pete, das ist eine Falle. Da ist so ein Symbol. Es gibt auch gefährliches Terrain. Ich darf... Weißt du was? Ich weiß nicht was. Das ist schwarz. Ich darf hier gar nicht durch. Du hast vollkommen recht. Da ist ein Riesenbusch. Aber das werden wir jetzt nicht ändern. Doch, weil ich spiele einfach die Karte. Ja, dass du dann doch nochmal da durchlaufen kannst. Dass ich dann da laufen kann. So, weil die hat... Genau, ich habe Move mit 1. Die Karte macht Move mit 1. Dann bist du außenrum gelaufen, sozusagen. Ja, dann habe ich die zuerst gespielt. Dann bin ich halt rein. Ja, aber da seht ihr schon, dass das Kartendesign ja noch nicht final ist. Da muss halt ein bisschen aufpassen. Und gerade hier, wo so dunkle Stellen sind, weil das auch krass... Habt ihr das auch nicht gesehen, diese dunklen Ecken? Da hoffe ich, dass da nochmal ein bisschen optisch nachgearbeitet wird. Vielleicht ist das auch nur ein bisschen kontrastreicher. Ja, wäre ja auch ganz nett. Ja, ich meine, bei so dicken Stein verstehe ich das noch. Aber hier, ich weiß nicht, das sieht auf... Ja. Wisst ihr? Das ist schwer. Aber dann habe ich auch einen Fury weniger. Weil ich den ja nicht hier gerade ausführe. Da musste ich ja schon mal die Lame machen, damit ich dann direkt so reinhauen kann. Wenn dann richtig, Piet. Das heißt, du hast auch eine Karte gespielt. Ja, ich habe jetzt den Fury ja gekriegt. Eine Karte gespielt. Manöver gehabt. Und die Interaktion. Ich bin dann fertig. Völlig fertig. Dann der Jardesee. Gucken wir mal. Wie viele Karten sind es denn eigentlich? Noch vier, oder? Gucken wir mal, was unser Terraso sagt. Seid mal hier. Cold Fury. All Heroes in or adjacent to... Graveyard. Graveyard kriegen ein Fury. Ich bin adjacent. Ja. Ich bin adjacent nämlich hier. Zack, kriege ich ein Fury. Wir haben keine Kreaturen auf dem Brett, die sich bewegen. Ja. Geht das weg. Dann werden jetzt mal hier die Einzel-Leute aktiv. Das sind die beiden hier unten. Specialist haben wir nicht. Einzel-Minion aber. Die sind bei mir, ne? Die kommen zu mir. Nee. Oder? Bin ich nicht näher dran? Aber ich bin der Leader. Aber es geht immer noch um näher dran. Erst näher dran und dann... Dann kommen die leider zu dir. Dann kommt der Leader. Also, warum näher dran? Wir sind beide drei Felder entfernt. Na, wenn wir gleich viel... Eins, zwei, drei. Eins, zwei... Ja. Dann kommen die zu dir. Dann kommen die zu dir. Wir greifen dich an. Angriffswert von eins. Plus eins, weil es die gleiche Miniatur ist. Plus eins, weil sie Pack sind. Greifen, also Pack haben, den Attributwert. Oder Keyword mit drei Angriffspunkten. Ja. Ich zünde mal die Kombo, die ich hier habe. Weil ja so eine Reaktions-Kombo war. So eine Reaktions-Kombo habe. Die heißt auch... Nee, wie heißt die? Retaliation. Ich schlage halt zurück. Ich werde das angegriffen. Das heißt, ich kriege nochmal plus eins auf meinem Verteidigungswert. Ich habe jetzt also auch wieder sechs. Weil ich habe ja noch diesen plus eins Marker, der damit auch verschwindet. Ja. Habe sechs und nach dem Verteidigen darf ich es zurück angeeignen. Das heißt, all deine Karten werden jetzt rausgeflottet? Die Kombo hat zwar nur zwei, aber alle Karten werden rausgeslottet. Und ich kriege den Fury-Wert, der da drauf ist. Ich kriege also nochmal zwei Fury. Ach, und nach deiner... Oh, dann kannst du die jetzt noch wegmähen. Ja. Ja, so ist das halt, wenn man Pete ärgert. Ich schlag aus. Eins, zwei. Habe ich gerade so geschafft. Nee, du kriegst einen Schaden. Die machen ja drei Schaden. Nee, nee, gibt's nicht. Du hast quasi einen. Also Pete musste einen lieben. Das ist auch okay. Und jetzt greifst du an. Habe ich schon mal einen lieben verloren? Ich glaube nicht. Dann greife ich jetzt zurück an. Ich habe einen anderen von zwei. Aber immerhin, du müsstest jetzt zwei Schaden. Ja, perfekt. Damit hat er die zwei Punkte hier gemacht. Zick, zick, zick. Ein bisschen, glaube ich. So. Okay. Ja, dann gibt es keine Einer mehr. Zweier gibt es auch nicht. Dreier gab es noch nie. Die kommen jetzt an. Und jetzt wird... Ich glaube, der Dreier kommt jetzt. Ich glaube auch, dass der Dreier kommt. Ich habe das Gefühl. Jetzt spawnt nämlich hier. Ihr seht, auf der rechten Feldseite am rechten Rand. Der Dreier kommt. Spawnt jetzt hier. Jede Runde kann ja einer kommen. Ein Dreier. Dann zwei Weier. Zweimal die Slaughter-Typen. Dann zwei Einer. Und nochmal ein Dreier. Boah. Zack, hier unten. Aua. Da stehen sie drauf. Und wir kriegen jetzt so ein Wesen, was auf dem Stein spawnt. Ja, wir haben. Wir haben zwei Steine. Erstmal müssen wir mal gucken, welches kommt. Welche kommt. War das schon gewirkt? Nee, das war noch. Ich würfel mal richtig. Es kommt ein Uncoming. Das Uncoming ist der Krieger. Ja, der Warrior. Der Sylphi Warrior. Dieser hier. Das ist der ganz oberste von denen. Ja, genau. In dem Schmerz. Da können wir uns ja auch mal kurz angucken. Auch wirklich hier. Auch wirklich nette Miniaturen. Coole. Auch die Base-Gestaltung hier. Ja, die Base-Gestaltung. So. Ja. Was macht der? Dann kann man natürlich zähmen. Auch wieder wie jede Kreatur, die es so gibt. Den reitet man aber nicht. Den reitet man nicht. Das ist nur ein Verbündeter, den man dann auch bewegen kann. Und im Moment hat er die Aura, dass alle Kämpfer, die er beeinflusst. Also Aura bedeutet immer eins. Heißt, um einen fällt drumherum. Das ist die plus eins auf den Angriff. Ich würde ja rein spieltechnisch sagen, die sind ja interessiert an uns. Weißt du, was da so los ist. Das ist ja bei mir jetzt. Ja, natürlich. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielleicht schafft es der Ries mal hier zu überzeugen. Zu überzeugen, ja. Zu überzeugen. Außerdem ist er hier vorne. Da sind viel zu viele Gegner, finde ich. Ja. Ich lege die Karte mal hier oben hin. Und falls wir das auch nicht schaffen, dann kannst du nochmal umschalten. Ach so. Muss ja überzeugt werden, bei uns zu bleiben. Da hast du vollkommen recht. Okay. Also, damit wir nicht ganz verwirrt hier gleich in die Sache wieder starten. Diese Hyänenleute bewegen sich zwei Felder, haben einen Angriff von vier, Verteidigung von drei. Das heißt also, um die zu töten, muss man auch wieder drei Hits würfeln. Also ich töte die dann nicht, meinst du? Umstatt zu sagen, ja. Bei zwei Würfeln. Wir gehen jetzt also wieder hier zurück, Karten-mäßig. Wie sieht es denn aus? Ich schmeiß meine weg. Weil ohne hier hin komme ich nicht weiter. Ich schmeiß eine weg und die zwei nach. Und das Deck selber, ich glaube, warte mal, sind das elf Karten? Kann das sein? Das sind elf Karten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das kann man natürlich an irgendeinem gewissen Punkt schon so ein bisschen vorhersehen, was vielleicht noch für Karten in seinem Deck sind. Die könnte man kennen. Bei elf Karten könnte man es kennen. Gebt mir die App dafür, dann weiß ich das. Also ich merke mir sowas nicht. Gut, ich wäre dann soweit. Ich möchte auch keinen Platz tauschen. Ich finde es ganz gut, dass wir da vorne stehen. Das heißt, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich könnte wieder meinen Verteidigung. Wir müssen ja hier hin. Ja, ich komme da hin. Du kommst da hin. Weil ich habe einen Weg auf den drei. Was passiert denn dann eigentlich, wenn wir da sind? Wir sind ja nicht. Aber dann wird es gleich geflippt, oder? Dann wird es geflippt, ja. Es wird dann nur schlimmer wahrscheinlich. Dann wird es gleich geflippt. Wenn man natürlich das Szenario erkennt, weißt du, was man passiert? Ja, das stimmt natürlich. Aber das bedeutet vielleicht, dass ich einfach mal rankomme zu dir. Komm doch mal rüber. Oder soll ich mal versuchen, den Typen zu bezürzen? Das machen wir nicht. Was ist denn, wenn das fehlt? Nichts. Na doch. Doch, ich kriege ein Penalty-Token. Dann ist mein Angriff um eins schlechter. Das ist zum nächsten Angriff um eins schlechter. Der ist ja nur drei. Finde ich ja auch gar nicht so teuer. Der ist ja nur ein Angriff. Eins, zwei. Könnte ich hier hinkommen. Aber da läuft ja auch nur zwei. Aber wenn es... Also im Moment ist es... Ich probiere es mal, oder? Ja. Oder ich lege... Nee, warte. Ich lege mal eine Karte dafür ab. Der braucht ja auch eine rote Karte. Das mache ich mal. Die lege ich mal ab. Ja. Oder will ich die beide... Das sind immer so schöne Entscheidungen. Oder möchte ich die hier beide haben? Dann habe ich nämlich Piercing Arrows. You may reroll any blanks and grabber. Eine Tag plus eins. Weil bis kommen wir es in Charge, dann kriege ich... Wenn die hier drin liegt, mache ich auch vier Würfel in die Hand. Ja, aber vielleicht willst du die nächste Runde machen. Ja, dann habe ich ja die Karte nicht für die nächste Runde, wenn ich sie abgabe. Aber vielleicht hast du eine andere Dreieckskarte? Ja, das ist wieder das Thema, wenn man wüsste, wie viele Dreieckskarten sind. Und ich habe hier nämlich schon zwei gespielt. Zwei noch auf der Hand. Ich habe zwei im Deck. Du wahrscheinlich drei. Deswegen muss ich mein Deck immer umwühlen, damit ich diese Geheber halte. Wie ich? Ich würfel. Ich würfel. Hast du denn plus eins irgendwie was? Welchen Wert braucht der? Der braucht drei. Ja, willst du dir irgendwie einen Token geben? Drei gegen drei. Ich habe ja meinen besagten Reboot-Token. Ach so. So macht er das. Ja. Jupsi. Jupsi Bupsi. Okay. Dann ist der Typ jetzt... Ich habe ja gar keinen Platz. Ja, weil du so viele Sachen hast. So ganz wichtig ist aber auch, der agiert, bevor der Charakter agiert. Das heißt, der läuft mir jetzt gar nicht hinterher, oder? Ja, der läuft eigentlich dir nicht hinterher. Aber du könntest ihn ja vorher noch bewegen, oder? Ich würde das jetzt so regeln. Weil die Hygiene funktioniert ja außerhalb. Das heißt, jetzt belasse ich den mal, bewege ich den mal dahin. Na, wenn du dich zwei bewegst. Ja, ich bewege mich zwei Bewege. Die Frage ist nur, wohin? Hier hin, oder? Ja, warum nicht? Oder soll ich mal hier runter gehen? Komm, ich gehe mal hier eins, zwei. Ich gehe mal hier hin. Eins, zwei. Kriege ich Fury, war, wenn ich hier reingehe? Eins, zwei. Dann gehe ich doch mal hier rein. Kommt der Nick vorbei. Kommt den, also den haben wir zuerst bewegt. Kommt mal mit hier. Gut, es macht mich einfach traurig, hier so viele Totenschädel zu sehen. Ich gehe also hier auf die sechs hoch. Das war jetzt ja meine erste Aktion, dass ich diesen tollen Typen hier an meine Seite geholt habe. Dann werde ich jetzt diese Karte mal präparieren. Kriege ich noch einen Fury. Und dann könnte ich jetzt Leap to und Attack. Wenn ich übrigens Sachen nicht ausführen kann, dann sind die halt so. Also ich könnte jetzt nur springen oder attacken und dann springen. Wenn ich halt nicht attacken kann, dann ist es halt so. Aber ich würde vielleicht trotzdem mal springen. Ich springe mal zu dir. Was? Aber ich bin da gleich nicht mehr, ne? Stimmt, du bist da gleich nicht mehr. Also ich würde nicht springen an deiner Stelle. Dann springe ich nach hier unten. Aber dann hast du weniger Angriff. Ich weiß, dann habe ich weniger Angriff. Aber ich kriege dadurch mehr Angriff durch, wenn ich meine Piercing Errors, dann nehme ich Slotter. Ach so. Deswegen springe ich mal hier hin mit meinem Leap 2. Also führe die Karte aus. Kriege dadurch auch einen Fury. Und kriege jetzt sogar durch diesen Fury meine Spezial-Tagel. Rain of Errors. Ich habe ja gerade zwei, die da liegen. Und dann habe ich nämlich einen Attack plus zwei per Prepared Card. Also ich könnte maximal jetzt plus vier kriegen. Das heißt, mein normaler Attack ist drei. Plus vier wären sieben Würfel. Allerdings allocate the Attack Power between the two Spaces. Du musst also aufteilen. Du musst dich aufteilen. Und ich bin der Leader. Soll ich das probieren mal? Soll ich das schon mal zünden und auf die schießen? Auf diese beiden Felder? Ich sage da bestimmt nicht nein. Dann machen wir das doch. Außerdem wollen wir ja mal sehen, wie das zählt. Nur mit zwei mal sieben Würfel. So, ich werde jetzt... Du hast noch einen Re-Roll-Token eigentlich. Die Frage ist ja, du musst sie ja aufteilen. Dann muss einer vier und eine drei kriegen, oder? Ja, würde ja okay sein. Oder willst du nur einen töten und... Sagen wir mal, ich töte einfach beide. Gedanke ist für dich beide. Das ist eine gute Idee. Also ich werde jetzt mal sieben Würfel wert, haben wir mal gesagt. Sechs, sieben. Und ich haue dazu beide Dinger hier raus. Das ist nämlich... Das ist auch eine gute Timing-Frage, die wir euch jetzt nicht beantworten können. Ist jetzt meine Fury erst mal gedroppt, um dann nochmal zwei Fury von den Karten zu kriegen, die ich rausgenommen habe? Nee, die kriegst du ja nicht raus, weil du die kommen und nicht triggerst, sondern die werden ja von der Karte geschluckt. Deswegen, ja, hast recht, Piet. Dann sollte das... Halten wir das mal so. Ja, und jetzt einfach mal hier Rain of Arrows. Also ich attackiere die beiden Felder mit den... Nee, nee, du musst... Du musst sie vorher aufteilen, ne? Die vorher aufteilen? Ich dachte danach. Allocate the attack power between the two spaces. Ich werfe jetzt, oder? Jetzt die attack power wird aufgeteilt. Ja, kann ich auch. Also ich kann auch... Also so würde ich das verstehen. Du meinst quasi drei Würfel für das Feld und vier Würfel für das Feld. Ja, zum Beispiel. Okay, na dann schieße ich erst mal hier oben mit rein. Achso, mit rein. Oder willst du, dass der weggeht? Willst du, dass der auf jeden Fall... Mir ist das aber egal, hauptsache einer ist weg. Ja. Also ich schieße da oben mal mit den drei und ich brauche auch drei Erfolge. Guck mal hier. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, er ist weggebotzt, weil der hat nämlich einen Dreier-Schönbär. Da muss ich also drei treffen. Und dann auf den hier unten schieße ich jetzt mit vier Würfeln. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da. Zip, 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 zip. Wenn die Pfeile erst mal fliegen, sage ich euch. Der Regen, meine Freunde. Der Regen. Die geben leider keine Lootkarten, muss man mal festhalten. Wir sind auch keine Bosse. Ja, Spezialisten. Keine Bosse. Bosse sind noch was anderes. Bosse haben wir hier noch gar nicht. Ja, da brauchst du so gar nicht in die Wohnung. Das war jetzt natürlich auch noch eine freie Aktion. Meine. Hatte ich noch eine Aktion? Nee. Ich bin ein Manöver gemacht. Nee, du hast das ja. Ich habe das gezähmt. Du hast das Manöver gemacht. Und dann hast du den Leap gespielt. Dann habe ich den Leap. Ich habe eine Karte präpariert. Den Leap. Also wahr, ich bin bei drei. Alles war alles fein. Drei Sachen gemacht. Das gezündet. Ich könnte noch eine Range One Attack machen, weil ich noch eine Karte habe. Ich könnte... Ja, Karte gespielt und Karte präpariert hast du. Ja, genau. Und benutzt. Dann bist du fertig. Ich bin fertig. Ja, so weit von fertig. Ich muss übrigens meinen Special Move hier wieder umdrehen. Der übliche Effekt. Ich lege diese Karte ab. Warte, was legst du ab? Ja, ich muss sie hier eh nochmal wieder überzeugen. Ah, ja, ja. Und ich kann mir jetzt nicht erlauben, dass sie gerade jetzt wegrennt. Stimmt. Jetzt, wo es so wichtig ist. Genau. Und ich habe ja gelernt. Ja, weil hier ist ja eine Falle, da wollen wir nicht rüberlaufen. Das heißt, ich muss wieder in Zickzack laufen. Sonst würden wir einen Schaden kriegen in der Falle. Ja, obwohl, kann ich auch nehmen. Aber will ich nicht. Ich slotte jetzt erstmal diese Karte. Damit nichts passiert. Und dann als erste Aktion. Ach so. Oh, jetzt. Jetzt kommt was. Was passiert gerade? Naja. Ich habe jetzt noch drei Aktionen, oder? Und eine Aktion brauche ich. Nee, du hast noch zwei Aktionen. Weil? Weil du gerade eine Karte gestreifelt hast. Ich habe gesagt, das fällt nicht auf. Also kann ich ein Manöver machen, theoretisch. Und nimmst den Schaden dieser Falle. Nee. Doch nicht. Nee, nee. Weil ich spiele ja noch die Karte hier. Diese Karte? Was ist diese Karte? Was spielst du? Die Karte spiele ich leider. Ach so. Die haben... So. Das heißt, ich mache ein Manöver. Das erste Manöver, was ich mache, ist, ich gehe hier rüber. Da ist ja hier wieder so ein Grabding. Da kriege ich schon mal ein Viewing. Dann greife ich die einfach mal an. Weil ich darf ja Moven und Angreifen. Bist du dabei? Moven oder Angreifen, ja. Die machen ihre Doppeldinger wieder nicht. Das war quasi nichts. Machst du einen Re-Roll oder... Oder greifst du wieder mit der Hyäne an? Nee, nee. Nee, die... Ja, ich... Mach mal ein Re-Roll. Mal gucken, was passiert. Reicht nicht. Dann greife ich die Hyäne an. Komm schon. Du kannst beide wegbeißen. Nee, kann ich nicht. Weil die ja die zwei ja ignorieren. Ja. Mach auf mich. Stimmt, stimmt. Ach ja, die sind taffe Jungen. Ich spiele jetzt die Karte als dritter... Nee, als zweite Aktion. Ach nee. Als dritte Aktion. Dann war das ja falsch, was ich gemacht habe. Ja, weil du brauchst hier noch eine Aktion. Doch alles nochmal zurück, Piet. Renn da einfach rein und hol den Token. Dann greife ich die halt nicht an. Aber ich spiele trotzdem die Karte dafür aus, dass ich mich bewege. Du gehst also hier rein? Was machst du? Ich habe Movement gespielt. Ich kann also diagonal laufen und alles andere. Du gehst hier hin. Ja, ja. Und dann gehst du ein... Dann habe ich noch ein Linksfuss. Dann machst du dein Manöver, dass du da hingehst, aber greifst du da niemanden an? Nee, ich spiele die Karte. Präpariert, Karte gespielt, Karte sagt Movement und ich darf so viel laufen, also ich kriege laufen, wie ich möchte. Und kannst es ignorieren. Du bist quasi da durchgelaufen. Laufst dann also eins, zwei, drei. Ja, okay. Speed bedeutet, dass du auf diagonal laufen, wie ich möchte und benutzt dann den Token. Ich habe sowieso keinen getötet. Okay. Ja, sehr gut. Dann habe ich dann... So. Dann wird man diese Karte umgehen. As you are about to give up, you hear a plentive cry from behind a yurt. Tastling towards the sound, you come across a nomad stretched out on the ground. Guttled by the tracker's knife, she lies agonizing in a pool of blood. A woman's face is livid and she clings to your arm as death hugs at her. Through the pain, she answers your single question. No guy was here, but managed to escape. He left with a handful of fighters to warn the bulk of the tribe, which has set up camp further north. With her dying breath, she mouthes vengeance, then slums limp and lighten. You do, you can do no more for her. Born, level 2 specialist, in the eastmost... This is the Skinner. In the eastmost... Space. Space. He plays this quest card with a quest card Swift-Venuys. Oh, and the Skinner cannot be eliminated while near another enemy. So, these two guys are in his field, there can't be... There is no escaping the conclusion that the barbarians indiscriminately massacred men, women and children. The anger already swirling inside you transforms into pure rage. Those damned pizels must pay for their hideous crime. You swear to kill every last one of them. Primary objectives, slay them all. Do not draw any more spawn cards. When all enemies have been eliminated, flip this card. Secondary objective, eliminate... Den... Den Skinner. Is there a bye? The hero who eliminates him becomes a leader. Und bekommt eine Loot-Card. Und der Skinner. Zeigen wir euch auch mal hier kurz die Karte und auch die Mini. Ja, der Skinner selber, der hat Werte drei Angriff, vier Verteidigung. Man muss also mindestens vier Hits machen, um den zu töten. Aber er kann nicht eliminiert werden, wenn halt nie, also im gleichen Feld, Einheiten, also Enemies sind. Ein Movement von zwei. Und er hat Critical One Bleeding. Das bedeutet, wenn er mindestens einen Schaden macht, kommt Bleeding zum Tragen und das bringt jetzt mal so eine Karte hier aufs Tableau Bleeding. Das sind nämlich Karten, die unsere Handkarten-Slots verstopfen. Wir dürfen ja drei Karten nur haben. Diese Karte ist dauerhaft dann da und darf nicht abgeworfen werden. Man kann allerdings, wenn man sich heilt, statt die Heilungswürfel zu werfen, auch so eine Karte abwerfen. Aber man kann auch nicht mehr als einen davon haben. Also wenn man blutet, blutet man. Also man könnte mehr bluten wahrscheinlich, aber das Spiel sagt, man darf jedes Severe Engineering nur einmal besitzen. Und man sieht es hier auch, the hero loses one hit point on concluding the activation. Am Ende der activation kann er natürlich nicht. Man blutet so ein bisschen aus. Okay. Also jetzt sollen wir die also alle fertig machen. Wissen wir gar nicht, ob das so geil war vom Timing her. Wer weiß, wer weiß. Pete! Das spawnt ja nichts mehr. Also insofern ist das schon ganz gut. Ja, das stimmt schon. Das spawnt nichts mehr. Aber... Gucken wir mal. Leg mal rein. Booby-trapped-terrain. All spaces adjacent to... Traps become trap spaces. Okay, das heißt, du stehst jetzt in einem Trap-Space. Dauerhaft. Achso, die ist dauerhaft. Das sind jetzt alles Traps hier quasi. Na toll. Aber noch habe ich mich nicht bewegt. Wenn man da reinläuft, was ist das? Ja, genau. Ich bewege mich einfach nicht mehr. Ja, genau. Und dann würden sich alle bewegen, aber die ist ja... Ja, also beim Betreten. Das bedeutet aber trotzdem, da wären Marker vielleicht ja auch gar nicht mal so uncool. Ich mache es mal, damit vielleicht wir das irgendwie uns merken. Hier noch. Hier ist ein Trap. Ach nee, wir ignorieren das ja leider. Hier ist... Ja, Enemies ignorieren das gekonnt. Jetzt eine super Trap. Ja, aber auch nur bis die nächste Karte gezogen wird, oder? Ja, klar, aber das... Ich beweg mich nicht. Ja, du bewegst sie einfach nicht. Die kommen ja alle zu mir. Ja, stimmt. Du hast ja nicht so Unrecht, Peter. Also, Specialist Nummer 1 gibt es nicht, aber es gibt noch Minions Nummer 1 und die bewegen sich drei Felder und kommen hier hin und greifen... So, hätte ich jetzt ein... Das kann ich ja noch mal anfangen. Und greifen dich jetzt mit einem Standardwert plus eins, weil eine gleiche Miniatur ist, plus eins für ihre Packfähigkeit, also wieder mit drei Attacken an und du kannst verteidigen. Gibt es noch irgendwelche Karten? Nee, ich habe keine Karten. Ich habe alle meine Karten nutzt. Okay, also gegen vier Verteidigungspfälle, du musst also mindestens drei... Ja, wunderbar. Da hat sie alle abgewehrt. Warum gegen die? Dann aktiviert jetzt der Skinner und dann die anderen. Der Skinner bewegt sich zwei Felder. Also eins, zwei. Hallo Skinner. Und der Skinner attackiert mit drei. Mit dreien. Ja, aber ich meine eben hast du ja schon so verteidigt. Einfach nochmal. Zwei. Du bekommst also einen Schaden von sechs geht es auf fünf. Das heißt eins. Komm, Piet. Kriegst du hin. Ja, aber ich will ja vielleicht auch die Kompo zünden irgendwann mal. Aber ja, aber haben ist besser als brauchen. So. Dann aktivieren jetzt die Level-2-Minions. Das sind hier unsere Slaughter-Boys. Die bewegen sich zwei Schritte. Ja, jetzt kommen wir zu dem besonderen Fall, weil ich ja zwei Felder groß bin. Eins. Genau. Drei. Und der hat jetzt hier keinen Platz mehr in dem Feld. Aber er würde ja hier reinziehen können. Deswegen unterstützt er trotzdem. Und die Slaughter-Boys. Die Slaughter-Boys. Die greifen mir an mit drei. Grundwert. Plus eins. Also einen Angriff von vier. Hatte ich ja eben schon mal. Ja, super. Hast du. Super verteidigt. Natürlich. Ich bin ja auch der Tank. Super verteidigt, Piet. Kann man nicht anders sagen. Es gibt keine Level-3-Bestien. Das ist doch schon mal was Schönes, oder? Und du hast gesagt, es wird nicht gespawnt. Ja, steht auf der Karte. Es gibt keinen Spawn mehr. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das Feld, wo ich stehe. Müssen wir irgendwie dezimieren. Ich habe hier noch drei Karten. Ich werfe mal Ich habe keine. Ich werfe die mal ab und ziehe mal drei nach. Ich kann natürlich jetzt geil sein, sondern ich tausche mit den Level-2-Kreaturen und greife nämlich noch mal. Was ist so geil? Weiß ich nicht. Nee, ich tausche mit dem Event. Dann ist die Falle weg. Nee, die Falle ist ja Achso, weil erstes Event kommt. Also dann ist die Falle bei mir weg schon, aber bei dir nicht. Es nützt also nicht viel. Man kann nicht alles haben. Nee, die Falle hält ja insofern, die hält mich ja nicht auf, aber ich würde halt trotzdem einen Schaden kriegen. Keine Ahnung, du bist auf jeden Fall Ich bin auf jeden Fall dran. Ich bin jetzt mein Leader-Token nicht. Geht's ja in die nächste Phase. Rock'n'roll, Baby. Ich würde mal Range 1 Range 1 Attack. Ich mache, glaube ich, mal eine Malen. Ich mache, glaube ich, erst mal ein Manöver. Ja. Aber erst mal ist ja dann die Dame hier dran. Ah ja. Das heißt... Erst mal musst du für die würfeln. Ah, erst mal muss ich für die würfeln oder ich werfe für die. Ich würfel für die, dass die auch noch bei mir bleibt. Sogar ohne das. 1, 2, 3. Nein, nicht schlecht. Bleibt also bei mir. Dann darfst man sie bewegen. Dann bewege ich die jetzt mal hier hin. Die hat ja eine Aura von 1. Also vielleicht... Also nett wäre ja zwischen uns. Ja, so hier. Ja, hast recht. Dann... Uppala, Entschuldigung. Ich kriege die Falle nicht ab, ne? Ne, das hat doch nichts. Ne, Wesen und Sachen interessiert es nicht. Dann mache ich jetzt ein Manöver. Bewege mich mal hier rein. Kriege einen Schaden. Au! Ist das nun mal. Und greife an mit 3... Mit 3 Angriff. Flurz 1 mit 4. Und greife mal hier an. Den hier erst mal. Also in dieses Feld, oder? Oder greife ich in dieses Feld an? Da kann ich noch mehr Schaden machen, ne? Wenn ich hier in das Feld... Ja, da kannst du auf jeden Fall auch verteilen. Ich greife erst mal in dieses große Feld an. Aber da... Genau, also hier... Der muss halt irgendwie weg am besten, ne? Der blockt halt wieder diese... Der nimmt halt egal... Also der nimmt halt jetzt erst mal die Doppel weg. Also machst du keine? Ne, ich mach keine. Recht. Naja... Aber 2. Damit kann ich den jetzt schon mal rausnehmen. Ist schon mal gut. Den nehme ich mal raus hier. Dann kommen wir gleich einen neuen nach. Und das war ja meine erste Sache. Meine zweite Sache ist... Ich spiele diese Karte hier. If any of the... Also ich greife jetzt zweimal an. Und meine Attacken haben ja alle range 1. If any of the attacks eliminates one or more enemies, Pryor bekommt the leader. Also wenn ich da was kille, bin ich leader. Aber mal gucken. Dann kriege ich jetzt hier einen Rage. Oder Fury. Und greife quasi jetzt zweimal hintereinander mit 4 Würfeln an. 1, 2, 3. Ich greife dann überhaupt an. Hier wieder in dieses krasse Feld. Mit den dreien habe ich leider... Ist ja auch egal. Der kann ja nicht gestern. Also erst mal müssen die beiden weg. Sonst kann er sowieso... Ja, du hast vollkommen recht. Also alles richtig gemacht. Ja. So. Das war jetzt mein erster von denen. Ich bin jetzt leader. Zack. Mit dem zweiten Angel versuche ich jetzt nochmal raufzuhauen. Ach, schade. Ich re-roll nochmal. Ist der re-roll. Ist der re-roll. Okay, sollte nicht sein. Der Skinner ist... Der Skinner ist ein bisschen gemein. Er ist ein Tent. Aber... Leider fehlt mir jetzt... Hätte ich noch eine rote Karte gehabt. Das wäre voll cool gewesen. Hätte ich mich nochmal pushen können. Ich werde jetzt... Ich habe... Was war denn das? Ich habe jetzt ja einmal angegriffen. Einmal eine Karte gespielt. Du hast Manöver gemacht. Und meine Karte hier gespielt. Und diese zwei angegriffen. Ich habe quasi noch eine Standardaktion. Und mit dieser Standardaktion mache ich meinen Token wieder klar hier. Weil ich dann noch mit meiner Karte, mit meiner freien Karte hier mit meinen Range Weapons, die ist jetzt abgeworfen, da greife ich jetzt nochmal hier an. Versuche den jetzt nochmal zu killen mit vieren. Ja, wenn nicht. Ich habe ihn ja auch noch dran. Mal gucken, ob er das zu kriegen wird. Eins, zwei, drei, vier. Best Hands. Ja, so ein... Damit ist der Skinner weg und ich kriege eine Karte. Ja, ja. Ich habe sogar noch Platz. Du wolltest nur das Loot haben. Ich habe sogar noch Platz. Du hast alles... Also wenn es um Loot geht, bist du Nummer eins. Guck mal, der hat hier so ein Battle-Schild oder Battle-Schild. Der hat irgendwie so einen netten, kleinen Unk-Schild dabei gehabt. The Hero Ignores It Token. Ja, siehst du, da wirst du nicht zu den gezogen. Dieses Schild darf ich also zweimal verwenden, wenn ich möchte. Aber das waren jetzt meine Möglichkeiten. Warte kurz. Da ist auch nur noch einer über. Achso, du wirst übrigens der Lieder, weil du den Typen getötet hast. Ich bin immer noch der Lieder. Ich bin sowas von Lieder. Lila bin ich auch. Der Lieder, Lieder. Piet, ich habe dir noch was übrig gehalten. Ich darf hier was vernischen. Hast du dir schon deine letzten Worte überlegt? Und das Interessante ist ja, das hat er alles in dem Zelt gemacht. Durch den Zelt. Aber das ist auch alles... Ich wofel einfach mal auf die Höhnebremse. Ja, stimmt. Nein. Oh, Reroll. Nein. War es auch gar nicht mehr. Oh nein, jetzt ist die Hyäne... Ich kriege einen Schaden. Nee, die geht einfach nur weg. Das ist hier. Es steht auf der Karte. Ach doch, du kriegst einen Schaden. Die beißt dich und geht weg. Dann ist die Hyäne weg. Da bleibe ich einfach mal drauf. Ja, ja, ja. Und komm dann ohne wieder. Okay. Das war aber ja noch, bevor du dich aktiviert hast. Aber dann ist auch diese wieder. Ja. Weg. Keine Hyäne mehr bei Piet. Ja, dann werfe ich hier diese Karte weg. Wo war das hier? Auf 4, oder? Ja, ja. Das ist wirklich... Ja, aber wie gesagt, das ist schon gefixt worden. Und dann spiele ich hier einfach mal Leap 2. So kann ich ja einfach hier spielen. Wenn man das sieht, dann kriege ich also ein Fury dafür. Ich darf da einen Angriff machen. Spring einfach auf den Rauf. Kriegst aber einen Schaden, weil du in der Falle springst. Ah ja, bin ich bei 3. Bleibt bumm hier reingesprungen. Dann greife ich einmal an. Mit 2? Mit 3, weil ich ja von der Aura gestärkt wirst. Nein. Das reicht leider nicht, weil das ja weggenommen wird. Schade. Dann... Du könntest deinen Reroll hier wieder aufbinden. Ich trinke das Ding jetzt einfach, weil ich Bock habe. Und versucht einen 3er Fury zu werfen, oder? Nein, nein. Ist nicht so schlimm mit dem 3er Fury. Nein, du würfst mal. Also... Wir würfeln in dem... Die haben einen nach oben. So. Ja. Dann habe ich hier eine schöne Kombo. So ein Shield-Throw, den ich ja eigentlich für den Typen da übrig gelassen habe. Ich greife das hier an und noch ein anderes Feld. Total egal. Kriegen Angriff plus einen. Du machst halt wieder deine blau-rote Kombo. Ja, der Schöp-Rof. Und wenn der auch nicht... Ja. Das ist doch super, oder? Ja, aber... Eigentlich hätte ich jetzt noch ein bisschen gewartet. Ja, du wolltest... Aber er ist schon weg vom Fenster. Du wolltest natürlich jetzt nochmal... Noch mal ein Fury... Ja, du bist immer so Fury knapp gefühlt. Ja, ich wollte es ja wenigstens. Damit ist die letzte Person. Also endet sofort, weil ja das Adjektiv erfüllt ist. Und wenn all enemies have been eliminated, look at this card. You disgust and rage at the barbarians. You fight even more fearlessly. They deserve to be punished. And God was coming for them. Sparing one of the assassins in order to question him. Das war wohl der letzte Lerauer. You eventually get him to admit that his clan was sent by mysterious women. He refers to as the Blood Witch. She personally ordered this daring raid. Part from the Kitzel's deserts in search of a man. A man named Nogai. Nearly she seeks the splintered world spear. Wer ist dieser Nogai? The hero that eliminated the final enemy becomes the leader. Woohoo, Pete! Wir wussten es schon immer. Du bist der leader! Wollen wir hier wieder den Helm aufsetzen? The companions of the spear. Das ist nämlich das, was wir sind. Er immediately gained zwei Gold per Hero on the Gameboard. Two XP and a Boss Clue. End of Adventure, man. Und was mir noch aufgefallen ist, ist die Komboträger, der auch noch nach, also wurde auch gelöst. Ah, da kriegst du noch einen Fury. Da krieg ich noch einen Fury und dann geh ich gleich ins nächste Ding. Alter, hier schön den Schatz. Das wissen wir natürlich nicht. Das wissen wir auch nicht, aber. Ob man ins nächste Abenteuer geht mit Fury. Ich persönlich wenigstens ein bisschen. Du bist richtig. Jetzt ist das Problem, jetzt musst du dich ja noch abreagieren. Oh, oh, oh. Ja. Egal. Vielleicht geht es weiter. Ja, mein Gott, ja, das stimmt. Ja, das ist und war, nein, ist immer noch, Annas Tür auf Kickstarter immer noch zu backen, zu unterstützen. Und wir zeigen euch jetzt nochmal ein paar Details von den Minis, vielleicht auch nochmal die Playerboards von den anderen Held, Heldinnen und lassen nochmal so ein, zwei Sachen vielleicht rekapitulieren und was uns vielleicht dazu noch einfällt, was ja gut, schlecht oder wie auch immer, was uns das jetzt hier mal so in die Köpfe schießt. Es ist ja auch eine unserer quasi mehr oder weniger Erstpartie. Wir haben davor uns die Regeln angeguckt, gelernt. Wir haben ein paar Züge mal gemacht, ja, um uns halt auch selber nicht zu spoilern so ein bisschen. Das ist ja auch noch so ein Faktor. Also wenn man die Questen dann kennt, dann weiß man, was passiert. Das heißt, wir zeigen euch erstmal noch ein paar kleine Details. Also Miniaturen, die es hier noch gab, die jetzt nicht zum Einsatz kamen, aber vielleicht ist das irgendwie so eine Art Endboss oder irgendwas. Sehen wir hier diesen Typ mit so einer Axtschwert oder irgendwas, der auf so einem Goldtopf steht. Und die Details sind wirklich ziemlich cool, weil unter diesem anscheinend magischen Topf, ein Portaltopf oder was auch immer, sieht man hier so eine Klaue rausragen. Ich hoffe übrigens, dass wir jetzt vielleicht nicht zu viel spoilern, weil wir euch die zeigen, aber die werdet ihr ja auch in der Corebox, denke ich, sehen. Und dann, aus irgendwelchen Gründen, ja, der Topf ist also umgekippt, geöffnet, scheint dieses riesige Vieh hier rauszuspringen. Das ist dann sein Reittier, ja. Das scheint sein Reittier zu sein. Also es ist wirklich... Wo ist sein Reittier im Topf? Das ist jetzt nochmal ein Vergleich mit einem Reittier, was ja schon nicht so ohne ist. Ich denke auch, dass dieses Ding vier, wahrscheinlich vier Felder groß ist. Und mal im Vergleich hier zu so einem, zu unserem Skinner, ne, also die Miniaturen sind schon wirklich ziemlich, ziemlich cool und groß auch in dem Scale. Ja, unser Ersatzcharakter, ne, ist ja hier gar nicht zum Tragen gekommen. Aber wäre jetzt irgendwie mal jemand gestorben, zum Beispiel ich, dann hätten wir den Charakter hier auf das Sterbefeld platziert und der Charakter vom Respawn wäre reingekommen. Und die gute Undral, wirklich ziemlich geil hier mit diesem Vogel, mit diesem Adler. Mit diesem weißen Adler, das ist auch eine Spezialfähigkeit, dass sie den dann losschicken kann. Kommt quasi hier auch als Mounted-Version mit dem Adler. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie die Figuren final sind. Hier in diesem Prototyp-Material war Arm und Adler noch eins, muss hier reingesteckt werden. Und auch hier bei diesen berittenen Leuten sind die hier noch zusammengesteckt. Also hier macht es auf jeden Fall wahrscheinlich auch Sinn. Mal gucken, würde vom Steckenmechanismus auch, denke ich, ohne Probleme funktionieren. Es gibt natürlich noch mehr Charaktere, die wir haben. Der andere Schurke, der hier so mit zwei Waffen durch die Gegend läuft. Und der eine Schamane oder der andere Schamane. Der auf jeden Fall alles zähmt, was durch die Schadu... Die Schadu, genau. Stimmt, die Schadu ist es ja auch weit nicht. Wen hast du davor gezeigt? Davor hast du Karak gezeigt? Genau, Karak. Und die aggressive Version von mir, der Warrior Konrad, der hier will es mit zwei Schwertern. Und hier natürlich auch vom Artwork, seht ihr schon, wir hatten es ja angesprochen, ganz am Anfang, bekannte Zeichenstil. Muss man vielleicht auch mögen oder muss man auch in diesem Setting sehen? Also, ich meine mal so, ja, gendermäßig betrachtet, ja, die Schadu ist einfach ein bisschen fülliger gestaltet. Undra's Rüstung ist so mäßig. Gut, sie ist Schamanin, da könnte man sagen, das ist vielleicht zeremoniell, aber... Ja, okay. Und ansonsten sind hier Karak und Konrad auch eher so die... Aber der hat ja hier was abgekupft. Die sind so, immer noch so dieser muskulöse Standard-Barbar, ist aber halt so irgendwie so ein Setting. Wer vielleicht bei Conan das anstößig oder uncool fand, der wird sicherlich hier die ähnlichen Probleme haben. Ja, dann haben wir hier auch nochmal... Ach ja, Pferdchen. Pferdchen, Pferdchen. Wieso Alex eigentlich hier so richtig abgegangen ist. Ja, weil man kann nämlich hier einfach mal sich so ein Pferdchen schnappen. Oh, guck mal, da ist nämlich der Adler, der kam nämlich schon... Der Adler ist nicht gelandet. Ja, der kam nämlich schon so angeschlagen hier an. Aber wenn der Adler einfach zu klein ist, gibt es hier auch das seltene Wesen, das geflügelte Reintier. Eine dieser... Man kann auch auf diesen Drachen reiten, ne? Mann, Mann, Mann. Ja, auf jeden Fall Möglichkeiten über Möglichkeiten. Und dann haben wir, glaube ich, alles gezeigt. Genau, und die Miniaturen gibt es natürlich einiges. Und den Charakteren. Ihr habt ja jetzt schon zwei Sachen gesehen. Den Rogue und den Tank, den wir gespielt haben. Die sind natürlich erstmal ein bisschen in ihrer Verteilung von ihren Grundwerten anders. Sie haben selber unterschiedliche Special Abilities. Hier zum Beispiel der gute Konrad. Was hat der? Er ist not engaged after performing movement. You may place him in Jason's face. Der kann quasi weiterrennen so ein bisschen, ne? Der gute Karak, der ignoriert halt dieses schwierige Terrain oder halt Fallen. Die Shadu, die kriegt zum Beispiel Plus Erfolg, wenn sie so eine Kreatur tamed. Und sie kriegt von der Kreatur, sondern sie kriegt von diesen Wesen, die es da gibt. Da zieht sie sich die Energie und dann steigt einer ihrer Werte. Passt ja auch irgendwie, ne? Blaue Kar, also die kann die tamed auch mit den jeweiligen Karten. Und die gute Undral hat hier nochmal eine Attack-Fähigkeit, ne? Wenn Andral attack, you may spend a green card to use her Art-Wert. Ach, die kann also mit ihrem, die kann so Macht benutzen zum Angreifen. Die hat nämlich einen Art-Wert von 4 und einen Angriffs-Wert nur von 2. Also das ist schon mal grundlegend anders. Und dann sind natürlich die drei Slots, die drei Komboslots auch wirklich nochmal unterschiedlich. Ja, vor allem ist hier auch mal eine Dreier-Kombo. Ist davon auch nicht da reichselt. Also das macht schon viel aus. Und dann, nur nochmal vielleicht auch am Beispiel von der guten Undral, dann sind ihre Karten natürlich mit Standard-Karten, aber auch noch wirklich Spezialkarten, die dann ein bisschen auf sie zugeschnitten sind. Und wir haben es ja auch schon angedeutet, oder es wurde von Mythic Games angedeutet, in der Kampagne wird man seine Helden auch selber noch mit aufleveln können und vielleicht andere Karten. Wir haben ja jetzt schon zwei XP bekommen, was man damit genau macht, wissen wir natürlich nicht. Aber da gibt es schon so einen Kampagnen-Fortschritt, ja. Piet, wie hat es sich für dich, diese Erstpartie, so angefühlt? Ist es aus deiner Sicht, also für dich so, würdest du dich freuen, wenn wir das finale Spiel jetzt schon hier hätten? Hättest du da nochmal Bock drauf? Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe ja angefangen zu lesen mit der Anleitung, als ich gelesen habe, dass das hier so ein Sidescroller-Double-Dragon-Combo-Ding ist, dachte ich so, geil. Aber erst gleich nach dem ersten Absatz dachte ich so, ey, super, einmal bitte, und zwar komplett. Ja. Jetzt, wo ich es gespielt habe, bleibt diese Sache, vor allen Dingen, weil man halt das Kartenex sehr schnell durch hat. Man hat viele Möglichkeiten, um das irgendwie zu manipulieren. Da ich jetzt auch ziemlich weit nach unten gegangen bin in den Lebenspunkten, ist das auch immer so ein Faktor, wo ich gedacht habe, ja, läuft es jetzt einfach durch oder nicht? Mit den Kombinationen, man hat sehr viel taktische Tiefe. Und es gibt ja noch den einen oder anderen Sachen, die wir nicht gesehen haben. So für das erste Einführungsszenario fand ich das auch gut. Zeigt alles mal, wie alles so funktioniert. So ist es ja wahrscheinlich auch gedacht. Ich denke auch vom Schwierigkeitsgrad, also wir immer natürlich berücksichtigt, dass wir alle Regeln richtig gemacht haben, so wie es vielleicht auch im finalen Spiel dann sein soll. Da kann sich vielleicht noch was ändern. Wie gesagt, wir haben zwei Typen gegen Steine geschmissen. Vielleicht heißt es nachher doch, wenn da noch freie Sachen sind, soll man die da hinwerfen. Das ist ja jetzt mal dahingestellt. Fand ich es jetzt erst mal recht okay, leicht. Aber es gibt auch andere Let's Face. Ich habe zum Beispiel auch mal bei Sam Hilli und seinen Kompagnon reingeschaut. Die haben es nicht geschafft. Die sind so ein bisschen kopfüber da in was reingestürzt und mussten dann ganz schnell ihren Ersatzspieler aufs Feld bringen und haben es dann am Ende nicht drin gekriegt. Ich sage mal so, wenn wir so ein paar Leute nicht weggekriegt hätten, dann hätten halt ja auch viel mehr Monster gestanden. Ja, wir haben unsere Kombos, glaube ich, gut gezündet. Auch gerade die Fury Attack haben wir gut gezündet. Haben natürlich dennoch Würfel gehabt. Aber ihr seht schon, ich habe meinen Regal-Modifikator. Der hat ja geglüht, dieser... Du hast ja gefühlt nur zwei Aktionen, macht jeder Runde. Und das ist vielleicht auch der interessante Punkt, wenn man wirklich mit mehreren spielt, dass man dann einfach eine Aktion weniger hat. Spielt man wirklich mit vier, dann kommen noch Veterankarten ins Spiel, dann sind halt die Minions Level 1 Minions einfach... Ja, aber dadurch bleibt es, glaube ich, weiterhin schwer spannend. Ja, auf jeden Fall. Diese Leiste hier, das kam bei uns auch nicht zum Tragen, aber es wird in anderen Szenarien wirklich auch mal dazu kommen, dass das auch mal nochmal randomisiert wird, dass das wirklich auf diese Chaos-Seite kommt und dann wird es nochmal gemischt. Bei Bossen scheint es so zu sein, dass es mehrere Aktivierungskarten für den Boss gibt. Und dann hat man so Sachen, wie wenn zum Beispiel so ein Boss gestunnt wird, dann wird diese kleine Figur ja sonst... Wurde ja hingelegt, aber so ein Boss wird nicht hingelegt, sondern dann wird nur eine seiner Aktivierungskarten gestunnt. Und sowas kann halt ja auch passieren, dass so eine Aktivierungskarte quasi deaktiviert wird. Wenn dann der Marker da raufkommt, dann wird der sozusagen hier zurückgedreht, die Karte, wird aber nicht aktiviert und handelt die Sachen nicht ab. Also da eigentlich auch ganz nette Spielereien mit der Interaktionsleiste. Die Interaktionsleiste ist ja jetzt auch nicht neu, aber ich finde, die funktioniert ganz gut, auch mit diesen Eventsachen. Ja, die bringt halt so eine Taktik mit rein auch. Also wann will ich halt dran sein, wann tausche ich das? Also nach hinten gehen wäre jetzt in unserem Fall halt ja nicht so gut, aber wenn es nachher dann mehr zum Tragen kommt, dass man dann das auch entsprechend noch einsetzen muss, dass man mit dem Leader dann wirklich sich so platziert oder mit Leuten tauscht, um ihn vielleicht auch zu retten, damit jemanden nach vorne, damit er sich heilen kann oder so. Das ist dann schon spannend, glaube ich. Was für mich vom Feeling sehr gut rüberkam, sind auf jeden Fall diese Combo-Building-Punkte. Dass wir unsere Fury-Leiste aufmachen, das finde ich gerade in diesem Side-Scroller-Beat-Em-Up, das finde ich, ist sehr, sehr schön eingefangen, dass man hier Golden Axe-mäßig und so auf diesen Sachen reiten kann. Pete ist da durch die Gegend geritten, ihr habt auch hier diesen Drachen gesehen. Da gibt es in der Kampagne auch noch, soll es noch viel mehr geben. Das finde ich, ist gut eingefangen. Der Side-Scrolling-Mechanismus, der finde ich, funktioniert gut, aber für mich jetzt jedenfalls hier gerade, ist der natürlich nicht so interaktiv wie in so einem Beat-Em-Up-Side-Scrolling, weil da laufe ich ja die ganze Zeit von rechts. Ich sage es nur so, vom Feeling her ist das noch das, was gut geregelt ist, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so wirklich von A nach B renne, sondern ich lasse mir ein bisschen Zeit in der Umgebung. Das ist richtig, aber ich glaube, das hat auch so den Effekt, damit man den Verwaltungsaufwand nicht so hoch hat. Ja, alle zwei Sekunden das Board umzudrehen, da hast du natürlich recht. Und hätten wir ja sogar ein bisschen mehr Glück gehabt in unserer Spawn-Phase, dann hätten wir ja, also da als das Teil noch hier lag, hätten wir hier gespawnt und nicht da hinten, dann wären wir ja sogar schon eine, sage ich mal, Runde weiter, schneller gewesen, den Teil nach vorne zu bringen. Ja, okay. Ich sage mal so, bei dem Einführungsszenario. Also, ich will ja nicht sagen, dass sich das schlecht anfühlt, nur wenn man das mit versucht, das Gefühl dieser, sage ich mal, Computerspiele zu vergleichen. Ja, aber dann wärst du auch so der Typ, dass du hier an einem Rand immer rumhängst, die nach vorne kommen. Ja, genau, der immer automatisch mitgezogen wird und mitgeschliffen wird. Das passiert ja hier nicht, man muss aktiv das Feld verlassen. Also rundum bei diesen Sachen, gerade so das Handmanagement, die Überlegung, was mache ich mit der Karte, weil ich die ja aktivieren kann, vielleicht doch abwerfe, um meinen Biest zu behalten. Stark war das Biest, gerade die drei Bewegungen war jetzt super. Also, ich sage mal, wenn es halt ein bisschen schwieriger wird, wenn der Skinner hier noch seine Blutung gemacht hätte, und man nur noch zwei Karten zieht, dann fängt es halt langsam an, auch wieder kritisch zu werden. Also, man versucht halt immer, einen Schritt voraus zu bleiben. Und ich denke, solange man das schafft, hat man eigentlich ganz gute Kartenparade. Ja, wenn da wahrscheinlich irgendwas gekippt wäre, wir auf einmal nicht so viele abgeräumt hätten, dann wäre die Scheiße wahrscheinlich echt am Dampfen gewesen. Von daher bin ich wirklich sehr, A, entspannt, weil wir es jetzt nicht schon mal spielen konnten, und B, auch gespannt, wirklich auf das finale Produkt. Das war so ein Spiel, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Keine Frage. Man hätte wahrscheinlich auch am Anfang gedacht, brauchst du das überhaupt? Und ich muss auch jetzt nur von diesem Ersteindruck sagen, für mich brauchst du das irgendwie sogar. Wenn ihr natürlich 28 Miniaturen, Boss, Battler oder irgendwie sowas habt, Kampagnen-mäßig Spiele, dann muss man sagen, guckt euch wirklich nochmal in Ruhe an. Aber irgendwie, finde ich, hat es so eine schöne Mischung aus, wir haben ja jetzt zum Beispiel noch gar nicht gegen so einen Boss gekämpft. Also diesen Boss-Battler-Aspekt kennen wir jetzt noch gar nicht. Aber so schön gegen diese unterschiedlichen Miniaturen zu kämpfen, mit einem netten Story-Ansatz. Ich hoffe ja, dass dann auch Dinge kommen, die dich dann halt festhalten, dass du halt nicht wegkommst und so. Das hatten wir jetzt auch nicht. Du konntest dich ja immer frei bewegen. Ja, genau. Man wurde nicht gebunden. Oder du wurdest geschlagen und du wegläufst und so. So einen Effekt hast du dann nicht. Und wenn du dann den Boss hast und dann auch wieder hin und her laufen kannst, muss man halt schon. Ja, vielleicht muss man ja auch erst mal bei den Bossen auch wieder, was ja auch so typisch wäre, herausfinden, wie geht man überhaupt mit dem um? Gibt es da vielleicht auch mehrere Stages? Ja, natürlich. Was soll ich sagen? Man muss ja bei dem hier anscheinend nur den seinen Topf umdrehen. Dann ist er wahrscheinlich wieder... Naja, das ist der ja quasi der Typ. Also du musst einfach nur wieder einen Topf rauf machen. Ja, man muss wieder einen Topf rauf machen auf den und seinen Monster. Ja, also das war für mich dann doch mal ein positives Ding, was so schwuppdiwupp um die Ecke kam. Ich persönlich mag das Artwork auch sehr. Auch klar, wenn ich sehen kann, dass an der einen oder anderen Sache das schon so ein bisschen sexistisch die Frauendarstellung ist. Aber wer auf die Darstellung und auch nette, muskulöse Männer steht und eher so dieses für sich so Klischee behaftet sieht, dieses Genre ist halt so ein bisschen Klischee behaftet, der hat daran sicherlich seine Freude. Guckt euch einfach mal den Kickstarter weiter an. Da werden sicherlich die ein oder anderen Miniatur noch rauskommen. Preis, Leistung müsst ihr für euch natürlich immer sehen. Ich finde die Miniaturen rein von ihrem Scarp, Basengestaltung, Sachen schon super. Von den Basengestalten ist das halt schick. Das hat man jetzt halt nicht so häufig. Alleine hier unsere Schamane hat hier nochmal diese Bruchbarkeitsgöttin daneben. Schädel sind sowieso hier irgendwie viel angesagt. Also diese Figur hier, alleine diese Miniatur. Man merkt dann halt doch schon sehr stark, dass sie das schon mal gemacht haben. Dass sie das A schon mal gemacht haben und dass es dann doch irgendwie auch so ein Tabletop-Ansatz hatte. Jetzt hast du halt auch Magneten. Also die müssen ja auch noch verarbeitet werden. Die sind jetzt nicht ganz so teuer, aber trotzdem. Das ist halt ein Schritt mehr, den man wieder machen muss. Mir hat es auch gefallen, ich finde so diese Art von Spielen. Ich war ja dann so bei den alten Sachen hier, so die Arcade-Sachen. Da hat es uns wieder... Also wenn es jetzt noch ein Event mehr geben würde, so ein World-Event, ich fand die jetzt, da müsste noch mehr passieren, aber ich denke, da kann man auch sein. Ja, vielleicht sind ja auch, sage ich mal, es ist ja wirklich das Einstiegsszenario. Ich meine, vielleicht haben ja die, weißt du, die einzelnen Abenteuer, dass die noch mehr... Da, wer hast du gekommen? Was willst du denn haben? Das Helden können nicht ihren Rirol-Marker benutzen. Oh nein, da wäre... Oh, das wäre ja harte Nuss für mich geworden. Eieiei. Ja, was das Ganze natürlich mit Wiederspielreiz, wie lange trägt es, wie repetitiv wird es dann? Für mich gefühlt erst mal von den Sachen, die ich hier mache, würde ich sagen, trägt es auf jeden Fall über mehrere Abenteuer. Wie oft man irgendwie Abenteuer wieder spielen möchte, das weiß ich nicht. Also dieses Einführungsszenario muss ich jetzt nicht 28 Mal spielen, aber ein, zwei Mal könnte man es schon noch mal spielen. Und ich finde es gerade als Einstieg wirklich gut. Und dann müsste man mal gucken, wie schwierig und wie interessant vielleicht die weiteren Abenteuer auch gestrickt sind. Natürlich immer im Hinterkopf haben, das will ein Sidescroller-Beat-em-up sein. Aber ja, ich bin da wirklich positiv überrascht worden, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was durchs Let's Play erfahren. Guckt euch noch andere Sachen an, auch vielleicht von unserem Eindruck. Jetzt hier noch mal ein bisschen mehr. Versucht euch klarzumachen, was das für Gefühle in uns auslöst. Und seid trotzdem so verantwortungsvoll und kauft nicht alles. Ich weiß, es ist schwer, nachdem wir euch hier so schöne Miniaturen gezeigt haben. Ja, aber wenn ihr noch Mediation zum Anmalen habt, aber wer weiß, ob es hier noch kommt. Das ist auch noch so ein Faktor. Man weiß, ob die nicht. Ja, bei Mythic muss man, also ich sage mal, die Core-Box wird es sicherlich geben. Aber hier ist wieder so, will man nur die Core-Box haben? Oder will man auch noch alle anderen Reittiere haben? Mein Gott, der Wahnsinn nimmt schon wieder Gestalt an. Ja, bei Alex kenne ich die Antwort. Nein, ich will eigentlich immer stark sein. Und dann schickt mir Mythic so eine Sachen zu. Ja, und dann sind wir 600 Euro los. An der Stelle können wir ja noch mal ganz klar festhalten. Es ist hier natürlich wieder ein Paid-Video. Wir kriegen hierfür Geld für das Erstellen und wir bekommen auch ein All-In-Pledge im Nachgang, damit wir das natürlich A haben, wir uns damit noch weiter angucken können. Es sind aber keine weiteren Bedingungen dann daran an sich geknüpft. Aber damit ihr das hier auch noch mal besser einordnen könnt, all diese Paid-Videos, die wir hier auch mit Werbevideo gekennzeichnet haben, sind so. Nichtsdestotrotz ist die Begeisterung echt und ich freue mich natürlich darauf. Aber deswegen appellierend an euch, nicht gleich alles kaufen. Genau, lasst es in Ruhe sacken. Also auch nicht viermal kaufen. Es reicht, wenn es dann auch einer hat. Ja, ja, also ich, genau. Auch in eurer Gruppe. Geht da jetzt nicht zu sehr drauf ab. Das ist auch sehr, wenn es jemand in eurem Freundeskreis hat, reicht das vollkommen aus. Das braucht nicht jeder haben. Wir hatten manche so Sachen. Wenn ich so an so Dinge überlege, so wie, was haben wir denn? Rebellion. Ja, zum Beispiel auch, ja. Oder Rising Sun haben wir auch, glaube ich, mehrfach in unserem Freundeskreis damals besorgt. Oder Nemesis braucht man auch nicht. Ja, Nemesis habe ich selber, mich auch zurückhalten, weil ich weiß, dass Pides hat. In der Library ist es auch. Ein Ank braucht auch nicht jeder. Ja, habe ich auch nicht. Habe ich auch nur das Library-Ank. Sogar das Library-Ank habe ich bemalt. Ach, egal. Ich habe Lust auf jeden Fall auf diese Figuren und auch aufs Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Und schaut einfach dann demnächst noch mal rein, wenn es hier wieder für Piet und Alex schöne Let's Plays gibt oder auch andere Videos auf dem Kanal. Auf dem Kanal oder halt im Crowdfunding, je nachdem, wo man uns zunächst findet. Damit sagt ja lieber Alex, der hier rechts neben mir sitzt, um für euch Links zu sehen. Auf Wiedersehen. Und der Piet auch. Ciao. Bis dann. Bis dann.